Nein, ich gehe jetzt, ich begrüße dich jetzt, also du hast nichts Schlimmes gesagt, komm, ich gehe, also, ich dachte vielleicht, sag dir jetzt noch irgendwas, sag dir noch irgendwas. Ja, ich begrüße recht herzlich euch natürlich in einem, ja, wahrscheinlich wieder legendären Stream mit der guten alten Strickloge und jetzt ist hier auch der, Flokes wollte ich fast schon sagen, nein, es ist natürlich der, Flokes ist ein Bett. Nee, das ist Mappy. Mappy, den habe ich davor ins Bett gebracht, der kräht gerade, ja, komm, komm, wir gehen jetzt rein hier, ich, äh, ähm, wo sieht man dich denn, muss man dich überhaupt sehen? Na gut, komm, hier, herzlich willkommen. Hey, willkommen, ey, eigentlich muss man mich nicht sehen, ich dachte heute schon dran, dass wir vielleicht lieber Podcasts machen, das wäre doch auch mal ein gutes Format, oder? Nee, dafür müsstest du deinen Ton erstmal ein bisschen lauter stellen, damit sich nicht wieder alle beschweren, dass sie dich nicht verschwinden. Ey, Mann, jetzt halt, das glaube ich nicht, du bist so ein Disser, der Ton ist laut genug, hast du gerade noch gesagt, ey. Der Ton ist ja auch laut genug, jetzt ist er laut genug, ich weiß ja nicht, worüber du mal aufnimmst. Das ist ja auch mal so geil, wie du machst, ich kann da auch mal so machen, hallo? Du ziehst das nämlich immer so geil, wenn du jetzt, wenn du im Thema drin wirst, dann ziehst du das Mikro immer so geil so, hallo? Und ich wollte sagen, der Dodi, der geht vielleicht nach Pireos. Ja, der Dodi geht nach Pireos. Da lache ich mir doch den Arsch ab. Ja, das ist ja, Leute. Ja, wo? Hallo, Herr Taner, hallo, Herr Tanerin, hallo, liebe Hater. Und, hallo, äh, wie hieß er? Ich habe es schon wieder vergessen. Nick Chiller, Nick Cheller, unser Lieblings-Hater. Ach, der? Ich gebe doch jetzt Hater schon an dich rüber. Ja, das habe ich gemerkt. Also, ich habe vorher eigentlich gar keine Hater gehabt. Und seit ich einen Talk mit dir gemacht habe, habe ich etliche an Dislikes, Leute kommentieren, dass ich mir einen Job suchen soll und Ähnliches. Und dass wir natürlich gar keine Ahnung vom Fußball haben. Das hat mir vorher nie einer geschrieben, erst seitdem ich mit dir unterwegs bin hier. Ja, gut, das mit der Ahnung vom Fußball war davor ja auch schon, nur, dass es keiner gesagt hat irgendwie. Ja, warum? Wegen meiner Präsenz. Ja, wegen meiner Präsenz. Und weil ich jetzt da bin und alle sagen so, das ist der übelste Stammtisch-Talk irgendwie, hört man mit dem Stammtischgelaber auf. Und ich denke so, ja, äh, was soll denn dann kommen? Was soll dann kommen, außer Stammtischgelaber? Was sollst du denn machen irgendwie? Eloquente Analysen? Ähm, ich weiß nicht, was die Leute wollen. Vor allem weiß ich nicht, warum die sich das dann angucken. Warum gucken sie nicht, wieso guckt man sich eine Dreiviertelstunde-Stream an, um da rumzuhaten? Und dann geht man zurück und hatet auch noch auf die letzten sieben Streams. Das hat so ein völliger Vollpfosten bei mir gemacht, der irgendwie, ich weiß nicht, was hat der geschrieben? Keine Ahnung, er hat geschrieben, ob, ja, ob alle Herthaner denn im Dach, im Dachboden bei Mama wohnen. Und dann habe ich ihn so übel weggedischt, habe irgendwie gesagt, so, ja, nur, wenn man wie du irgendwie 55 ist, 20 Jahre Harz, Vierer ist, nie eine Frau hatte, dann Standard. Oh, Mic Drop. Ist richtig ausgerastet, hat alle Streams, schreibt jetzt immer so, du Keks oder so, wo man denkt, du Keks, was ist das denn für eine Beleidigung? Vielleicht mal wollte er Kek schreiben und es war Autokorrektur. Keine Ahnung, keine Ahnung, auf jeden Fall völliges Opfer, aber lustig, so eine Leute hat man halt auch kennen, wieso, das ist doch gut, ich finde es gut. Und der kommt nicht von dir auf jeden Fall, der ist dann durch mich zu dir rübergesprungen, das heißt, ich tue dir auch was Gutes, siehst du? Ne, du tust mir nur Schlechtes. Also, ganz ehrlich, du bist so ein bisschen wie der Hertha-Drachenlord, kennst du Drachenlord? Boah, du bist so ein Arschloch. Wie kann man so ein Arschloch sein? Ich hab sowieso, ich hätt's mir mal aufschreiben müssen, ich hab's nur ein paar Dinge, aber ich dachte, ey, komm, Alter, du bist wirklich das allergrößte Schwein. Naja, 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 aber ganz kurz eine Sache. Ey, Drachenlord ist der größte Horst, der größte Horst, der rumrennt, das hat mir mein Bruder gezeigt, Überopfer. Aber, also echt, dass du erst Michi prätst und jetzt Drachenlord esst, wird immer schlimmer. Ich meine das auch nur, weil du so viele Hater anziehst, deswegen. Ist doch schön. Auf jeden Fall erstmal, Stubbi, danke für dein Stufe 1 Abo, dein Subgroove, ein Toast auf dich. Dann bist du ein Sandwich-Maker-Diggi. Genau so. Ne, ich wollte, ich wollte aber sagen, ey, ohne Scheiß, du hast letztes Mal mit angezogener Handbremse ein bisschen kommentiert, ne? Also du warst auch wieder gut drauf, aber du warst, also am Ende bist du ein bisschen ausgetickt, als du die Brille aufgesetzt hast, aber du warst, warst gemäßigt, warst gemäßigt. Ich bin müde, ich bin müde, ich bin müde. Und man muss ja auch mal sagen, was ja auch immer lustig ist, weil du sagst, oh Leute, ey, hallo, ey, ist wieder krass, wieder das dritte Hertha-Video heute, weil es ist so viel zu tun. Vielleicht kommt heute Abend noch ein Video raus, wenn, und ich denk so, ey, es ist nichts zu sagen, es passiert nichts. Zwei Welten. Zwei Welten wirklich, ja, okay, jetzt vielleicht hier, äh, okay, es gibt ja was Neues, Ijuke ist zu uns gekommen, was natürlich geil ist. Endlich mal ein guter, neuer Transfer, aber ey, ansonsten, gut, jetzt die Testspiele, aber ansonsten ist ja nicht so viel. Ich muss immer lachen, wenn ich das höre. Wow, Leute, das, was abgeht in der Hertha-Familie. Das habe ich noch nie gesagt, das habe ich noch nie in meinem Leben gesagt. Ja, aber so, ich meinte, so meinst du es ja, aber auf jeden Fall war die, ähm, die Handbremse, ich bin nur einmal, glaube ich, sauer geworden, wegen, äh, Borussia Mönchengladbach, glaube ich, ne? Ja, da bist du richtig sauer, aber du magst auch Rauten nicht, ne? Ja, das stimmt überhaupt nicht, ich bin voll, Bremen war früher eigentlich meine Lieblingsmannschaft, ähm, als ich ganz klein war, also nach Hertha natürlich, war Bremen eigentlich mein absoluter Favoritenklub. Und die haben ja auch ne Raute, auch wenn die natürlich auch hässlich ist mit diesem komischen W da drin, sieht jetzt auch nicht geil aus, aber man muss sagen, es ist die beste aller Rauten. Was gibt's noch für ne Raute? Na, Gladbach, dann, äh, HSV. Da muss ich schon lachen. Ja, der hat natürlich die hässlichste Raute von allen, aber ich will damit gar nicht, äh, so groß weitermachen, weil dann krieg ich wieder von deinen Leuten so viel Hate, ey, wie kann man über die Raute so viel sagen, der Typ sollte lieber, weiß ich was machen. Du kriegst gar keinen Hate, ey, jetzt ohne Scheiß, die Leute, äh... Ich will, dass es wie bei, wie heißt der, bei der Monte-Army abgeht, wenn jemand hatet, dann müssen irgendwie 100 Leute den so richtig krass Drachenlord-mäßig fertig machen, so 100 Kommentare unter seine Kommentare, äh, schreiben, so, das wäre, finde ich, Community-mäßig. Also, du willst quasi, ähm, dass Hater gemobbt werden von einem, von einer Masse. Von, ja, genau. Mit 20 Leuten auf einen rauf. Genau, aber ja, nur im Internet, Mann, natürlich. Natürlich, keine Gewalt, aber psychisch fertig machen. Und das ist natürlich gar keine Gewalt. Das ist keine Gewalt. Guck mal hier, Herr Professor Dr. Methaner, danke für 400 Bits. Guten Abend, Leute. Freue mich auf den Talk. Na, wir freuen uns auch. Ja, so, also. Wie war denn heute? Wie war, ich konnte das Spiel ja nicht gesehen. Was hat es denn jetzt schon wieder Wichtiges zu tun? Das will ich erst mal wissen. Oh Mann, Alter. Na, ich musste arbeiten. Ich musste einfach arbeiten. Ich habe heute auch schon gearbeitet. Früher aufstehen ist das Redo. Du musstest zwei Immobilien, was? Du musstest was vorstellen, ne? Du musstest reden. Ja. Ich musste aber, ich musste aber Musik abmischen mit einem Typen neben mir. Und das ist mega anstrengend, weil eigentlich konzentrierst du dich auf die Musik und machst, denkst du, du willst das eigentlich gut machen. Und der Typ, der eigentlich, das ist seine Musik, der will natürlich immer, ey, mach mal die Stimme noch lauter und so. Mach mal noch mehr Halle auf die Stimme, dabei ist es überhaupt nicht notwendig. Mach den Beat leiser. Ja, genau. Mach den Beat leiser, die Stimme lauter, immer lauter, lauter. Und eigentlich macht man nichts und tut es immer nur so, als wenn man das macht. Aber das war schon ganz schön anstrengend. Und danach musste ich natürlich gleich wieder mit Emil mich beschäftigen, ne? Kleinen Sohn. Wer ist denn Emil? Achso, dein Sohn. Also du meinst Mappy. Mappy. Emil ist halt. Ja, ist sein Spitzname. Ich bin nämlich nicht wie du. Ich will die Leute nicht öffentlich so nennen. Achso. Nicht so, ey, Sarah war vom Sportgericht. Das hab ich nie gesagt. Habst du gesagt? Öffentlich hab ich das nie gesagt. Du hast es im Stream, ich musste so lachen, weil du meintest, dann nämlich, weil du machst ja immer Streams mit einer Reaction auf die Striktenruge und ich guck die dann und jetzt muss ich dann darauf reacten, weil du da dann wieder sagst, ey Flo sagt, er will meine Reaction auf Sarahs Auftritt vor dem Sportgericht machen. Und jetzt sagt er, es ist Sarah, hab ich alles weggepiept. Dabei stimmt das gar nicht. Du musst dir dein Video mal angucken. Du sagst nämlich Dennis, glaube ich, Dennis, hi alter Dude, hätte dir erzählt, das ist irgendwie ein Typ aus deiner Community, dass er Sarah, nämlich, er glaubt, er hat Sarah gesehen. Und dazu gibt es diese Geschichte, dass sie nämlich vom Sportgericht ist und du hast immer nur den Clubnamen weggepiept, so. Den Namen Sarah die ganze Zeit rein. Sarah hast du immer gesagt, ich musste sehr übelst lachen. Ja, Sarah, ey, komm, wie viele Fußballtrainerinnen in Berlin heißen Sarah? Tausende, tausende, aber das ist ja auch geil. Ich meine, ey, das ist ja keine schlechte, ich finde die Geschichte jetzt nicht schlimm. Ich muss lachen irgendwie, passt ja auch zu Sarah. Sie ist ja auch die Gute in der Geschichte eigentlich, ne? Sie ist, naja, die Gute, wie du sagen würdest, also ihr Klub hat Spieler eingesetzt, die vier Jahre älter sind und gar nicht den Namen aus dem Spieler. Das ist doch nicht ihr Klub. Vollbeschiss. Und ich dachte so, ey, wenn jetzt jemand Sarah wirklich wiedererkennt, dann muss sie ihren Schein abgeben, so. Nein. Die sind alle in der U15-23 und heißen ganz anders. Das war doch die gegnerische Mannschaft. Hast du mir nicht richtig zugehört? Mach mir jetzt mal Notizen. Ich mach mir wieder Notizen, genau. Aber, wie bin ich jetzt überhaupt darauf gekommen? Ja, du hast das Spiel nicht geguckt, weil du wieder irgendwas Wichtigeres gemacht hast. Ja, genau, und dann sind Kumpels nämlich gekommen und, äh, weil ich muss einen neuen Zaun kaufen, so eine Scheiße. Ein Zaun, weil mein alter Zaun ist im Arsch, hier im Haus. Habt ihr dann dagegen getreten, oder was? Ja. Stand wieder ein Hater vor deinem Haus, wie beim Drachenlord. Ein Hater. Wieder mal. Ey, du bist, wie kann man nur, ey, du bist nämlich hier der Nerd. Du guckst wirklich so Drachenlord-Scheiße. Ich hab das wirklich noch nie in meinem Leben geguckt. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich hab's nur durch, ich schwör's dir, ich kenn das nicht. Hat mir nur mal jemand erzählt. Nee, bei Spiegel-TV hab ich mal gesehen, dass der verurteilt wurde. Ja, okay. Ich guck ich exzessiv. Ja, ich auch. Mega. Ja, richtig so. Einfach geil. Auf jeden Fall, ähm, der alte Zaun ist scheiße und die Hunde krabbeln immer unten durch. Die sind auch so ne Hater, wenn ein anderer Hund vorbeikommt und es geht halt gar nicht. Leute haben Schiss. Und, ähm, deswegen neuer Zaun, alles verwachsen. Jetzt sind zwei Kumpels hier, die mir das alles ausreißen, schon den ganzen Tag. Und ich hab's schon davor, ich muss mich um Müll kümmern, hab dann Spaghetti gekocht für alle. Und jetzt meinten sie so, okay, und jetzt gehen wir in den hinteren Teil, der mega verwildert ist, so das hintere Ende. Und dann meint sie, ich muss jetzt hochgehen, weil ich muss jetzt im Studio noch was machen. Geschäftlich. Geschäftlich. Wenn die jetzt mitkriegen, dass ich hier irgendwie so ein härter Talk mache, dann könnte es gleich Ärger geben. Ich hoffe, die kommen hier nicht hoch, weil ich hab eigentlich gesagt, ey, im Studio keine Störung, ne? Also mal schauen. Was richtig? Handy. Oh, mein Handy. Mach das Handy laut. Ich muss das Handy ausstellen. Ne, mach's laut. Abmahnung. Aber, aber ganz ehrlich, aber ganz ehrlich, äh, also ich würde es übelst feiern, wenn es so ne Auseinandersetzung zwischen euch geben würde, wenn die so hochkommen und sagen, ey, was bist du eigentlich für ein Arsch? Dass wir hier unten bei der Hitze ackern und du hier oben sitzt, Bier trinkst und einfach einen Talk machst. Ja, das wäre mega peinlich. Das würden wir wahrscheinlich auch sagen, sag mal, geht's noch, Alter? Aber auch dann kann ich mich sicher gut rausreden. So, jetzt Content. Ich würde mal schätzen. Ich sehe ja die, wie immer die Kommentare nicht, weil ich das nämlich nur ablenken würde. Ähm, da ist wahrscheinlich schon so, ey, Leute, macht mal Content. Also, du hast das Spiel gesehen, äh, erbärmliches Ergebnis, würde ich mal sagen, war es dann genauso scheiße, wie ich mir es vorstelle. Sag mal. Ich glaube, also ganz ehrlich, das Spiel war genauso scheiße, wie du es dir vorstellst, vielleicht sogar noch ein bisschen beschissener, aber ich finde, man sollte das jetzt auch nicht so hochhängen. Die sind, du hast richtig gesehen, dass die gerade... Die Reine sind schwer. Naja, aber du hast es gesehen wirklich jetzt. Also, die waren, also, die haben alle, sag ich mal, so einen Bewegungsradius gefühlt gehabt, wie Boateng in der Saison und Boateng dementsprechend noch weniger. Also, die konnten nicht, die konnten nicht sprinten, die hatten keinen Antritt, nix. Jetzt kann man natürlich sagen, ey, die haben manchmal zwei Trainingseinheiten pro Tag und so weiter, ne? Also, die kommen halt, sind halt wirklich am Ende. Andersrum frage ich mich auch, Derby County oder Darby County, die hatten vor ein paar Wochen noch sechs Spieler und haben eine komplette Truppe zusammengewürfelt. Wieso sind die denn so fit? Das wollte ich gerade sagen, weil diese, ich kann diese Scheiß nicht mehr hören, die Beine waren schwer, das ist ja immer so. Ich meine, ey, ganz im Ernst, äh, ja, vielleicht, wenn jetzt irgendwie, weiß ich, mega Ausdauertraining gerade ist, dann vielleicht, aber das wird doch immer erzählt. Immer sind die Beine schwer, selbst wenn du zwei oder drei Spiele in der Woche hast, ey, ich meine, guck dir mal die Eishockey-Spieler an oder so. Die spielen jeden zweiten Tag oder die Basketballer und das ist sicherlich mindestens genauso anstrengend. Ey, das ist für mich keine Ausrede. Und ich meine, ey, Derby, Derby County ist, glaube ich, zweite Liga, oder? Also, die sind zwangsabgestiegen, habe ich heute erfahren. Das heißt, die haben wirklich einen kompletten Kader zusammengewürfelt. Die hatten einen guten Spieler, der auch schon irische Nationalmannschaft gespielt hat, der war auch ganz gut, aber trotzdem, es ist trotzdem, wir haben natürlich auch nicht, oder wer weiß, vielleicht war das auch unsere absolute A-Elf. Bei uns hat kein Toussaint gespielt, sondern dieser Cunic, bei uns hat kein... Und wie war er? Der war eigentlich so mit der Beste, muss ich sagen. Also mit Suat Serda, Suat Serda war wirklich gut, der war auch fit irgendwie, keine Ahnung, der war beweglich, der hat gut gespielt, auch gegen den Ball. Suat Serda war jetzt nicht überragend, aber das, was er machen sollte auf der Sechs, hat er gut gemacht. Und der wirkte nicht so ganz zerstört. Kann natürlich auch daran liegen, dass er das Trainingslager nicht vom Anfang an mitgemacht hat. Es kann ja wirklich sein, dass die komplett fertig sind, weil Gechter beim Gegentor hat sich austanzen lassen, als ob ich mich da mit meiner Plauze hinstelle. Also wirklich jetzt. Also der ist einfach an dem vorbeigerannt. Das war total... Ja, das hat man einfach gesehen, da hat der letzte Schritt gefehlt. Selke war total langsam, der ist ja eigentlich nicht langsam, der sieht zwar langsam aus, aber eigentlich ist er ja schnell. Der sieht immer so langsam aus, ja, das stimmt. Aber der ist eigentlich nicht langsam, aber es war wirklich, also, ich sag mal so, wenn du bei dem Spiel nicht einschläfst, dann hast du schon echt eine harte Schmerzensgrenze, oder du hast generell einfach Schlafprobleme, was ich beides hab. Hm. Echt, da hast du auch so Einschlafprobleme, ja. Okay, hab ich auch. Bloß nicht drüber reden, ey. Ja, deswegen, du machst ja auch dauernd, kein Wunder, wenn man bei Twitch irgendwie bis um zwei Uhr sich Sachen anguckt oder weiß ich was macht. Das ist ja auch, da können dann, danach können die auch nicht pennen irgendwie, muss ja erst mal runterkommen. Aber, ähm, also im Endeffekt genau so ein Spiel wie jetzt zum Beispiel das erste Spiel gegen Hamburg in der Relegation war ja genauso eigentlich. Wenig Radius, keine Bewegung. Also, eigentlich so, dass man jetzt wieder sagen könnte, geil, man freut sich richtig auf die Saison, ne, weil es ist jetzt ja nicht mehr so lange hin irgendwie. Zwei Wochen. Zwei Wochen bis zum Pokal, ne? Ja. Ah. Also, wenn wir so im Pokal spielen, kriegen wir auf die Fresse. Das kann ich sagen. Würde ich wohl auch sagen, weil, äh, zweite Liga beginnt ja heute, ne? Ja, gestern hat die begonnen, also, ich sag mal so, Braunschweig wird auf jeden Fall mehr im Saft stehen sowieso als wir und danach kommt ja direkt Union. Das ist dann die nächste Entschuldigung. Das ist die nächste Entschuldigung. Ja, ja, die waren ja schon weiter voraus als wir. Wir sind aber noch kraftlos und, äh, Braunschweig ist ja noch, ist schon voll im Trott irgendwie. Da können wir gegen Viertligisten spielen und die Scheiße wird erzählt so. Außerdem musst du auch dazu sagen, ein neuer Trainer braucht erstmal Zeit. Ja, es braucht Monate, bis die Mannschaft das neue System gelernt hat, ne? Ja, genau. Das ist ja interessant. Was haben wir denn gespielt für ein System überhaupt? Ja, wie immer, 4-3-3. Ein Sechser, vierer Abwehrkette, zwei Achter und, äh, ein Stürmer und links Maolida, rechts Luke Bakio. Also, Mentalität pur. Ja, ey, Luke Bakio habe ich nur gesehen, so, da dachte ich schon wieder, ey, Alter. Aber du hast ja in 10 Minuten, aber da war es schon wieder, er hat so niedergeschlagen geguckt, er hatte irgendwie eine Chance kurz vor Schluss irgendwie. Und er ist dann da weggeschlendert, dass man schon wieder dachte, oh, ey, Körperhaltung, boah, so völlig ohne Körperanspannung, voll scheißegal Blick, so, dass man dachte so, oh Mann, ey, bitte Sirius, do it. Und, Jason schreibt gerade, die dritte englische Liga beginnt eine Woche früher als wir, hab grad nachgeguckt, ja. Aber wenn die vor zwei, drei Wochen nur sechs Spieler im Kader hatten, dann ist das vielleicht auch eine schlechte Ausrede. Weil, das ist ja noch mehr zusammengewürfelt als wir. Bei uns ist ja eigentlich gar nicht so unfassbar viel anders. Die haben also ähnlich scheiße gespielt wie wir, Derby County. Ne, die haben besser gespielt. Die waren besser. Dann ist ja eine Woche, eine Woche macht ja auch nichts aus irgendwie. Und ich meine, bei uns ist jetzt nicht so viel anders als in letzter Saison. Da sollte man sich schon so ein bisschen an den Mitspieler erinnern. Also, das kann ja nicht sein, dass gesagt wird, hier, John Joe Kenny ist jetzt da hinten. Also, müssen wir uns erstmal einspielen. Also, wenn John Joe Kenny so spielt wie heute, dann spielt Pekarik wieder eine Saison durch. Echt? Nein, sag nicht, dass der Scheiße gespielt hat. Also, heute war der nicht gut. Ey, ich hab mir gestern gerade, Hertha hat doch so ein, wie nennt man das, so ein Video, Trainingsvideo von dem hochgeladen. Und da dachte man so, boah ey, der ist richtig gut, der Junge. Der ist auch eigentlich gut. Der ist gut. Das war heute aber wirklich gar nichts. Ach ja, toll. Das ist immer das Gleiche, ey. Das ist scheiße. Aber Seefolk auf der 6 war geil. Wie? Seefolk hat auf der 6 gespielt? Hat er doch gegen Cottbus auch schon. Ja, ich fand gegen Cottbus, da hab ich die Ausstellung gar nicht gesehen, hab ich später angeschaltet. Also, ich dachte, weil der da hinten wieder rumgetreten hat, in der Innenverteidigung, und dachte so, ey, Vogelwild, irgendwie nur probiert irgendwie den Ball wegzukicken. Und dachte so, ey, so typisch für ihn, wenn er einen Fuß trifft, Elfmeter, so bam, völlig, völlig ungestüm der Typ irgendwie. Klar, sympathisch, aber ey, das hat man da auch schon gesehen, ey, krass. Du verstehst auch seine Intention gar nicht. Seine Intention ist nicht, den Ball wegzukicken. Seine Intention ist, den Gegner wegzukicken. Das musst du erst mal verstehen. Der war eine Minute drin, hat erst mal direkt einen umgeflext. Ja, ich glaube, das will er gar nicht. Aber der geht so unbeholfen dahin irgendwie. Und also, mit so, vielleicht auch so völlig übereifrig. Es kommt einmal so übereifrig, finde ich. Der geht so krass zum Ball, ey. Er hat sogar auf der 8 gespielt. Nicht mal auf der 6, er hat auf der 8 gespielt. Und später hat er wieder auf dem Flügel gespielt. Und dann hat er teilweise aber auch in der Abwehr ausgelaufen. Also, er war überall. Och, du Scheiße. Ist das jetzt von Sandro seine neue Geheimwaffe oder wie? Überall auf dem Platz einsetzbar. Also, der ist auf jeden Fall immer dann gut, wenn du wirklich den Gegner nachhaltig schaden willst und ihm Verletzungen zufügen willst. Dann ist er auf jeden Fall ganz gut. Ja, gut. Aber er sollte ja eigentlich schon weg sein, oder? War das nicht so, dass hier irgendein englischer Club den noch haben wollte? Nee, niederländischer Club, ne? Irgendwie Utrecht oder sowas. Einige, einige Spieler sollten schon weg sein. Einige Spieler sollten schon weg sein, die wir irgendwie nicht loswerden, habe ich das Gefühl. War es Eindhoven oder Rotterdam? Man weiß es nicht. Ich glaube, es war Ajax-Amsterdam. PSW oder Feyenoord? Amsterdam. Ich glaube, es war PSW-Amsterdam. Du weißt, warum ich da in den Kronkorken beiße, ne? Nee, weil du... Wie war das hier nochmal? Gab es da nicht so ein Gerücht mit PSW? Du hast es doch falsch gesagt, nicht ich. Ja, ey, Mann, du hast mich endlos verarscht auf das Ding. So, Radonjic zu Juve bestimmt, ey. Mann, ey. Ich sitze hier abends nach der Arbeit. Unglaublich, dass mir hier die Wörter im Mund umgedreht werden. Eigentlich wollte ich mir eine Liste schreiben, was du nämlich falsch gesagt hast, aber ich habe es leider vergessen schon wieder. Ja, das ist nicht vorbereitet. Ich sage andauernd irgendwelche Sachen falsch. Andauernd, jeden Tag. Jeden Tag. Aber du machst das professionell, sodass man das glaubt irgendwie. Ey, da muss ich überhaupt auch was erzählen. Richtig geil. Meine Freundin, die arbeitet im Krankenhaus und ein Typ, also praktisch so ein Kollege, Kumpel, hat ihr geschrieben und ist völlig ausgerastet. Hat irgendwie dieses Bild von deinem Diagonalball und mir gepostet und meinte so, ey, ist das dein Mann? Nein, nein, nein. Eine Sprachnachricht, ey, es ist zu geil, der hat sich so gefreut, weil er dich, er ist gar kein Fußballfan, also er ist gar kein Hertha-Fan, er ist eigentlich Frankfurt-Fan und er hört aber immer deinen Stream, weil du ihn mega beruhigst irgendwie, immer so zum Runterkomm abends, bevor er schlafen geht, hört er einen Felizio-Stream. Hallo, hier ist Felizio mit meinem neuen Fußball-Talk. Subgroups! Oh, du Sandwich-Maker! Auf jeden Fall hat er so gefeiert und es hat mich wirklich gefreut, weil es ist ja völlig abgefahren, du machst so einen kleinen, kleinen Hertha-YouTube-Stream. Hallo, klein, hallo? Ich spreche von mir, Entschuldigung, Lord... Felizio. Lord Felizio-Schawarma-Pfeife, wollte ich sagen, Shisha-Pfeife. Aber dass der das wieder, und er hat sich so gefreut, wirklich, und jetzt meinte er so, oh, die Strickloche ist ja auch so super eigentlich, ist ja fast noch lustiger, aber ist nicht so beruhigend, ja, find's super, wie Flo immer flucht irgendwie. Ja, das ist auch super. Ja, alle, super, wie ich fluche. Ihr seid so ne... Fucker. Fuckers. Fuckers. Dass ihr immer nur abhatet. Fuckers. Fuckers, ihr fuckers, ihr hatet immer nur ab, entweder, wenn ich nicht genügend fluche, oder, wenn ich irgendwas falsch gesagt hab. Weißt du, was bei dir auch geil ist? Du frontest, ich weiß manchmal nicht, ob du unfassbar intelligent bist, oder es einfach so unterschwellig machst, ohne dass du es selber merkst. Du sagst gerade so, du frontest den einfach weg. Du hast gerade so gesagt, der hat überhaupt nichts mit Fußball zu tun, der ist Eintracht-Frankfurt-Fan. War das geplant? Natürlich, Diggi. Weil jeder Eintracht-Frankfurt-Fan hat nichts mit Fußball zu tun. Grüße an Fußball 2000. Wen? Busty Red. Ja, ja. Busty Red und alle so, ey, mach Busty Red nicht. Das ist, als wenn man bei Twitch irgendwie sagt, Monte, du Spast, dann stehen auch gleich 100.000 Leute vor deinem Haus und sagen... Und dann brauchst du erstmal einen neuen Zaun. Ja, genau. Würde ich ja nie tun. Na gut, also, dann, Testspiel war scheiße, also sieht schon wieder alles scheiße aus vorm Pokalspiel und Union sowieso. Super. Genau so ist es. Welche Position würdest du gerne noch als Spieler wünschen? Das ist jetzt nicht dein Ernst, natürlich ein Verteidiger. In Verteidiger, ne? Weißt du doch, in Verteidiger natürlich. Aber nur, wenn wir keinen mehr abgeben, sonst mehr als einen. Also, wäre schon gut, noch irgendwie mindestens zwei Innenverteidiger sollte man schon holen. Was, sagst du, von einem Sechser? Sechser fände ich auch gut. Aber halt, der muss wirklich eher nach hinten defensiv eingestellt sein. Dann wird ein Schuh draus. Ja. Nee, also, ähm, das ist ja klar, oder? Also, jeder Herr Tana sagt, äh, links wie rechts und zentrale Offensiv, bitte holt noch jemanden. Also, Ejuke, 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 ich weiß nicht, wie der Typ heißt, richtig? Ejuke. Aber, Ejuke, Diggi, der ist sicher geil, weil er mega sympathisch rüberkommt. Aber ich hab ihn ja noch nie, ich hab nur seine, seine, seine Highlights gesehen, die ganz geil sind. Aber, könnte auch natürlich wieder jemand sein. Na, nicht Maulida, aber ich glaub, dass der schon Drive hat, aber der halt sehr ballverliebt ist und wo man dann irgendwie sagt, so, Mann, Alter, spiel ab! Mach irgendwas, aber mach nicht dauernd viel seine Dribblings. Ja, bei unseren Spielern würde ich auch nicht abspielen. Da würde ich lieber sagen, spiel lieber nicht ab. Ja, aber deswegen wär's halt cool, dann irgendwie noch jemanden in der Mitte zu haben. Ich weiß ja nicht, ob jetzt Piontek noch geht. Ja, nein, wie leicht. Ähm, ob Dodi wirklich geht, weiß man auch nicht. Aber, äh, rechts brauchen wir auf jeden Fall auch auf den Außen eigentlich noch einen richtig guten. Und ich fürchte, da wird keiner mehr kommen. Ich meine, ey, Marco Richter, ey, wirklich alles, alles Liebe von mir auch. Wirklich echt richtig scheiße. Auch gerade als, Krebs ist immer scheiße. Und, äh, sowas ist natürlich als Typ nochmal beschissener irgendwie, ne? Also, wünsche ich dem alles Gute. Er hat, äh, ich weiß jetzt nicht, also er hat ein, was heißt nur, in Anführungsstrichen, er hat ein Glück, ich glaub nicht, Krebs ist ja nur, wenn's ein, äh, bösartiger Tumor ist, oder? Er hat einen Tumor. Ich hatte gelesen, bösartig. Weiß nicht, wo es stand? Was hab ich nicht gelesen? Bösartiger Tumor, deswegen muss raus. Vielleicht hattest du das auch bei Twitter gepostet. Ähm, nee, das war ausnahmsweise nicht bei Felizio. Ich glaub, es hat irgendwo, ich weiß nicht, in einem Bild oder sowas. Ich lese ja immer Springerpresse, weißt du. Nee, ich glaub, Transfermarkt hat das zitiert, irgendwie sowas. Aber, ähm, ja, wenn's früh genug erkannt wird, ist's ja gut. Und das muss man auch wirklich mal sagen, ähm, das ist ja scheißegal, wie der gespielt hat und so. Ey, wirklich alles Gute. Außerdem, ja, das sowieso, also das sowieso, ja, da ist alles andere erstmal unwichtig. Aber außerdem wird der trotzdem bei uns ein Loch reinreißen. Also, so viel, wie ich mich über den aufgeregt hab, wen haben wir denn Besseres? Ja, sag ich ja, wir haben ja Lee, das ist ja ziemlich gut. Aber ansonsten, ähm, ja, ansonsten, da kommt halt nicht viel. Wer soll das spielen jetzt? Und ich meine, das ist genau die Sache, wo ich auch schon wieder gelacht hab, als du hier so ein, du konntest es ja gar nicht fassen, dass hier, Agent, Agent heißt der, ne? Agent, 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 äh, Jean-Paul Gaultier. Alter Brüller. Ähm, oder lieber Deutsche und Albaner. Ähm, nein, aber auf jeden Fall, da kann ja noch so ein guter Mittelstürmer sein, wenn da keine Flanken reinkommen, weißt du? Das ist ja genau das gleiche Problem, was der Piontek auch schon hatte. Also insofern, ähm, würde ich erstmal die Außenweiter besetzen. Und ist ja, äh, bei, äh, ähm, rechts wie links eigentlich genau das gleiche. Wenn links hier Ejuke ausfällt, dann haben wir auch keinen, der dahinter spielt. Richtig gut. Doch, Maolida. Ja, Maolida. Der heute, also in den letzten zehn Minuten wenigstens eine Szene hatte, wo ich dachte, holla, das war ganz gut, oder? Ja, ey, der hatte, der war jetzt nicht der Schlechteste, um es mal so defensiv zu sagen. Und gegen Cottbus war der eigentlich ganz gut, muss man sagen. Ja, fand ich auch ganz gut. Vielleicht nimmt er sich's jetzt auch zu Herzen. Ich meine, ich hab schon immer Maolida Trikots gekauft. Das weiß ja jeder. Aber, ja, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht, ach, äh, vielleicht, vielleicht wird das noch was mit dem. Vielleicht. Ja. Was hältst du von Old Shorehand und Wollschläger? Boah, kann ich ehrlich gesagt, na ja, ich meine, die sind ja aus, aus unserer eigenen Jugend, oder? Also, also, was soll man davon halten? Finde ich gut, dass die Profi, in die Profi-Riege aufgenommen wurden. Aber, auf die kannst du ja nun wirklich jetzt nicht bauen und sagen so, okay, äh, wir bestreiten die Saison mit denen. Also, ja, Einsätze finde ich gut, aber trotzdem, ähm, im gesamten offensiven Teil einfach, finde ich, zu schwach besetzt. Ja, hier, äh, Jürgen Erkellenkamp, super, der soll spielen. Und, äh, Suat vorne ist auch super. Aber trotzdem, so, noch ein zentraler, wär cool. Schimmy, wenn der kommt, wär natürlich Hammer. Man kennt ihn. Weißt, du glaubst nicht dran, aber links und rechts außen, das wird wieder wie immer einfach, das ist zu wenig, was da reinkommt. Also, oder du musst halt anders spielen irgendwie. Aber, ich fürchte, wenn wir wieder einfach es nicht schaffen, mehr als eine Flanke im Spiel und die ist scheiße irgendwie nach vorne zu bringen, dann nützt uns eben kein, kein Kopfballstarker oder Knipser, der vorne im, ähm, Elfer nur die, die, die Abschlüsse macht. Aber, 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 Ajorg ist eigentlich, kannst du eigentlich nicht vergleichen mit Pionter. Du kannst dir ja mal seine Videos angucken. Der ist eigentlich so ein bisschen wie Belfodil. Der ist eigentlich sehr, sehr, also, der kann sich auch Bälle holen, nach außen ausweichen. Der legt auch sehr viel vor. Der ist eigentlich nicht, also, der ist nicht wie Piontek. Weil du musst ja einen holen, das habe ich in dem Video damals auch gesagt, du musst ja einen holen, der bei einem, bei einem Verein, der vielleicht Abstiegskampf kennt, auch performt. Und das ist Piontek einfach nicht. Ja, du musst einen holen, der, weiß ich nicht, mit der Art von Fußball auch zurechtkommt. Das hat er ja nachgewiesen, dass er das kann. Ja, aber, weißt du, Abstiegskampf? Du kommst ja überhaupt eigentlich nur in den Abstiegskampf, weil die Mannschaft immer scheiße oder falsch besetzt ist. Das ist ja genau die Sache. Eigentlich ist es ja so, dass wir eigentlich da unten, finde ich, okay, wie immer natürlich, finde ich ja nie, dass wir da unten reingehören. Aber von der Mannschaft, von den Namen her, ist die ja wirklich nicht schlecht irgendwie. Aber es ist halt kacke zusammengestellt. Wenn du nie jemanden hast, der auf den Außen gut Bälle reinbringt, dann nützt dir noch so ein guter Stürmer nicht für 25 Millionen. Und so musst du, das musst du halt erst mal machen. Das ist halt genau, das ist halt wieder Dirk Dufner und weiß ich, wer das früher gemacht hat, außer Michi Preetz. Das ist halt einfach immer falsch besetzt, die Mannschaft. Ansonsten von den Namen haben wir ja gute Spieler. Also eigentlich dürften wir nicht immer im Abstiegskampf sein. Ja gut, aber irgendwie sind ja natürlich auch Tempospieler entscheidend, auch gerade in der Bundesliga. Und irgendwie, ja, du kannst jetzt sagen, Luke Bakio, der hat eigentlich Tempo, aber es kommt ja nichts. Wenn keine, oder Maolida oder so, es kommt ja einfach nichts. Und wie du schon sagst, ich weiß nur bei Köln, Modest hätte bei uns niemals zweistellig getroffen, weil da wären ja keine Bälle reingekommen. Da fliegen die Flanken von der Seite nur so rein, ja, perfekt auf den Kopf serviert. Bei uns kann er gefühlt nur eine Person in eine normale Flanke schlagen. Ja, und das ist es, dass irgendwie da scheinbar keiner den Kader so zusammenstellen kann, wie wir es brauchen. Und es kann ja nicht sein, dass es über Jahre so ist. Das kommt mir vor, ich war neulich hier mit auch meinem kleinen Sohn und meiner Freundin, wollten wir ins Eiskaffee gehen. Und hier bei mir, ich hätte jetzt fast gesagt, wo, oh, wow, wow, auf jeden Fall ist das außerhalb von Berlin so ein Kaffee, Eis, also ein Eiskaffee. Dann gehen wir da hin und ich hatte über Bock auf ein Spaghetti-Eis dazu. Alter, Spaghetti-Eis, ey, wie geil, habe ich ewig nicht gegessen. Setzen wir uns da hin, es sind zwei andere Tische sind besetzt. Spaghetti-Eis, erst mal 7,50 für ein Spaghetti-Eis. Dachte ich schon mal, ey, sag mal, wat? Inflation. Aber mega krass. Auf jeden Fall bestellt, meine ich ohne Sahne. Ja, dann, ey, 25 Minuten, nichts passiert, ne? Kein, kein Gast da, ey, zwei Leute. Das Eis kommt nicht. Ich dachte so, alter, 25 Minuten, was machen die denn, wenn das Kaffee voll ist, scheiße nochmal? Dann wartest du fünf Stunden oder was? Was für Dilettanten. Das ist ja nicht wohl. Und dann kommt die Alte mit so einem ganz normalen Teller, so groß. Und dann ist da so groß, so ein völlig geschmolzenes Stück, weiß ich, wat drauf. Und sie meint so, oh, das sieht ein bisschen arm aus. Und dann hab ich mir gedacht so, ey, wie kann man ein Eiskaffee aufmachen, wenn man null Ahnung hat von Eis? Und das ist jetzt die Brücke und Dirk Dufner hat keine Ahnung vom Fußball. Es ist genau wie Dirk Dufner bei Hertha, weißt du? Wie kann man denn Spaghetti-Eis machen, wenn du nicht weißt, wie es geht? Da waren drei Kugeln Vanilleeis platt gedrückt und dann so große Stücken weiße Schokolade. Die mach ich natürlich wie Parmesan oben drauf. Es war einfach so verkackt. Und genauso kommt es mir bei Hertha auch vor teilweise. Dass du irgendwie ohne Sinn und Verstand, wenn Kohle da ist, denkst du, ja geil, ich kauf jetzt irgendwie den und den und den und den. Und dann wunderst du dich, dass das nicht klappt. Und dann sagst du wieder, die Mannschaft, die ist noch nicht eingespielt und das System hat sie nicht verinnerlicht. Ja, das System passt auch nicht, wenn du keine Leute hast, die aus den Flanken spielen. Dann kannst du so nicht spielen. Kennst du, da heißt einfach nicht, was der Plan ist. Der Plan ist, als erste Mannschaft nur Innenverteidiger aufzustellen. Genau, und dann so richtig bolzen, alle den Ball hinterher einfach. Alle auf den Ball irgendwie. Ja, aber ich hoffe, dass es eben nicht so ist. Aber wenn ich das jetzt höre, wie heute das Testspiel war, dann ist es natürlich schon so, dass meine Hoffnung schon wieder ein bisschen zerstört wird. Hättest du sowieso wieder alles schön geredet. Also wenn du jetzt einen Talk gehabt hättest nach dem Testspiel mit Sarah zusammen, hätte sie gesagt, sie kündigt ihre Mitgliedschaft nochmal. Ich würde mal gerne wissen, ob die abgeschickt ist. Sie schreibt einen Brief und du hättest gesagt, naja, so scheiße ist es jetzt auch alles nicht. Also du bist ja eigentlich schon der, der immer alles schön redet, muss man sagen. Außer vorm HSV-Rückspiel. Da konntest selbst du nichts mehr machen. Ja, ja, na weil, ja, ich finde, man muss ja auch immer optimistisch sein irgendwie. Das ist ja unsere Härte. Das ist halt, das Doofe ist halt nur, dass, wenn man mal ehrlich ist, ist es halt immer das Gleiche. Und das nervt halt schon, finde ich irgendwie. Es nervt halt schon, dass da keine Fortschritte gemacht werden, einfach so. Eigentlich stellt man sich so einfach vor. Du kriegst jetzt Geld und dann denkst du dir, okay, dann hol erst mal einen fähigen Trainer, hol einen fähigen Manager. Vierjährigen? Einen fähigen. Einen vierjährigen haben wir jetzt vom Können vielleicht. Und dann vielleicht noch einen Kaderplaner, der cool ist irgendwie. Wozu denn einen Kaderplaner, Mann? Oder einen Sportdirektor, wollte ich ja sagen. Aber, wenn die alle irgendwie nichts können, ja, dann, dann ist halt verkackt. Und, naja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ich glaube, jetzt, wenn ich den Kader sehe, eigentlich hatte ich ein gutes Gefühl, weil ich dachte, alle Leihspieler kommen zurück. Und die werden richtig krass überperformen. Aber jetzt, wo ich, wie gesagt, im letzten Spiel Luke Bakio gesehen habe und... Du dachtest, Luke Bakio wird überperformen? Ja, ich dachte wirklich, dass der jetzt, nachdem er wirklich alles verkackt hat, in Wolfsburg wirklich fast keinen Einsatz hatte. Und ja, dachte, er wird in der Champions League jetzt entdeckt und geht wahrscheinlich zum AC Milan oder so. Dass der jetzt halt nochmal zündet bei uns und sagt, okay, und jetzt gebe ich alles. Genau wie Piontek dachte ich auch so. Der wird, weil keiner wird ihm vieles Geld kaufen, wird er jetzt richtig durchstarten nochmal hier. Aber passiert ja nicht. Hey, was... Hier fragt gerade jemand, The Amazing Chicken, was wäre für euch eine erfolgreiche Saison? Jetzt ohne Scheiß. Ich habe neulich gesagt, für mich wäre Platz 11, wo du so drei, vier Spieltage vor Schluss schon Langeweile hast, wäre schon ein Mega-Erfolg. Was sagst du? Ja, ich hätte 10 gesagt. Das ist genau so. Also Mittelfeldplatz einfach, ja, und vor allem wäre die Saison Erfolg, wenn man mal wirklich sehen würde, dass das halt geile Spiele sind. So, dass sie nach vorne spielen und man wieder Bock hat, richtig im Stadion zu sitzen und nicht immer da sitzt, so wie in den Europa-Pokal-Partien früher, wo man wirklich gedacht hat, das ist ja totale Verweigerung. Das guckt hier eigentlich. Ja, genau, einfach, dass man wieder Bock hat irgendwie und denkt so, ja geil, wir probieren es wenigstens, ist ja egal, ob du jetzt mal verlierst, aber irgendwie mal wieder attraktiver spielen. Ja, okay, aber davon habe ich mich verabschiedet als Hertha-Fan. Also jetzt mal ohne Scheiß. Nee, jetzt ohne Scheiß. Ich kann mich nicht erinnern, außer vielleicht die Zeit unter Favre. Also wir haben vielleicht mal erfolgreicheren Fußball gesehen, aber richtig attraktiven Fußball habe ich bei Hertha noch nie gesehen, seit ich Hertha-Fan bin. Wie bitte? Bei Favre mit Pantelic und Boronin war mega. Habe ich doch gerade gesagt, außer bei Favre. Hör doch mal zu, Junge! Ja, doch mal, wie leicht, du meintest bei Favre, wie leicht. Ey, hallo, das war ein mega guter Fußball. Ja, aber okay, da stand ich immer in einer Ostgrufe, da habe ich nichts gesehen. Falko Götz war auch teilweise guter Fußball. Ja, welche Phase von Falko Götz jetzt? Von welcher Phase? Die erste Phase. Ja, da war ich noch zu klein. Die erste, vor, ich glaube, Hübs-Davens, vor Hübs-Davens. Ja, ja, aber das war ja nur ein halbes Jahr oder so, ne? Ja, ich glaube, der ist für, der ist gekommen wieder mal als Interimstrainer und hatte, glaube ich, dann, dann haben sie Hübs-Davens verpflichtet. Und er hatte, glaube ich, zehn oder 15 Spiele und hat die mega gut bestritten irgendwie, also als Trainer. Und dann musste er gehen. Deswegen war ja, Hübs-Davens hatte schon von vornherein verkackt, auch weil er aus Schalke kommt natürlich. Das sowieso. Der fliegende Holländer. Schalke könnte überhaupt auch gut eine Raute als Wappen haben. Wir haben nämlich auch so ein hässliches Wappen. Du, was glaubt ihr eigentlich? Schalke. Der Name ist schon so. Halke. Aber wusstest du das bei Schalke? Das wusste ich wirklich nie bis vor einem Jahr. Dieses Schalke-Logo einen Hammer beinhaltet? Ne. Google mal kurz das Schalke-Logo. Mach mal ganz kurz. Das fände ich ja schon wieder geil. Das habe ich nie gesehen. Da ist so ein Hammer für diese Bergbauer da. Alter, at home, Ben, du geiles Sau. Danke für fünf Subgrooves, wie mein Kollege hier sagen würde. Ein Toast auf dich als Western-Satwich-Make-up. Bam, danke für deinen Support. Subgroove, Diggi. Du kriegst einen Kühlschrank, wenn du noch drei raushaust. Einen Kühlschrank? Naja, sowas machst du doch dann sicher auch so. Wenn du jetzt... Alter, geil, was machst du immer? Stufe 7 Abo, Diggi. Stufe 7, das wäre geil, wenn es das geben würde. Zehn Monate auf Stufe 7 abonniert, kriegt von mir ein Küchenmesser. Ein Küchenmesser. Oder ist nur random Scheiße, so ein Topf oder sowas. Hammer Banner. Was soll denn das? Ah, warte mal. Ne, da ist kein Hammer. Doch. Wo denn? Mann, du bist auch... Du hast eine Brille auf und siehst trotzdem nichts. Ihr, warte, pass auf. So, ich erkläre es dir jetzt. Ich erkläre es dir auch, warte mal. Das... Ja, erklär mal. Da ist auch so ein Verbindungsteil. Von der rechten Seite geht auch was Blaues in das Weiße hinein, wo dann S04 drinsteht. Ah, jetzt seh ich's. Jetzt, jetzt seh ich's. Das ist ein Hammer. Diggi. Ja, und das findest du jetzt geil, oder wie? Ne, aber es ist doch... Es ist wenigstens was Innovatives... Also, ich wusste das nie und ich kenne auch keinen, der das wusste. Ja, weil es auch scheiße aussieht einfach. Das sieht doch nicht aus wie ein Hammer. Ey, welches Logo findest du denn gut? Weißt du, wie das aussieht? Das sieht aus wie... So ein... So ein Desperate... Sieht aus wie E.T. Wie die E.T. Silhouette in den Achtzigern ist. So, ey. Was nimmst du? Ne, was? Ey, weil du sagst, das ist ein Hammer, Alter. Das ist doch kein Hammer. Also, ich verstehe, was du meinst, aber ich find's schlecht gemacht einfach. Gut. Aber, ey, wieder was gelernt. Bist du schon besoffen? Oder schon wieder nöchtern? Ich hab die ersten zwei Schlucke Bier genommen und bin schon wieder besoffen, glaube ich. Das geht bei mir heute irgendwie tierisch schnell. Ja, nee, ey, stell mich nicht mal so als Alki da. Ich trinke eigentlich STW nicht. Ich frag doch nur. Alles gut. Ja, aber du bist halt schnell besoffen. Was hast du denn für ein Shirt an heute? Metallica. Nee, Edelmann. Oh, shit. Es gibt Merch, ja? Ja. Nee, noch gibt's das nicht. Merch. Merch-Time. Ich hab mal eine interessante Frage an dich. Oder eine sehr wichtige Frage. Kennst du Mark Schwitzki? Mark Schwitzki? Ja, kommt mir bekannt vor auf jeden Fall. Ist das der Hater, der bei uns runtergeschrieben hat? Nein, Mann. Also, vielleicht. Vielleicht war es sein Account. Ich weiß nicht. Oder ist das ein Union-Spieler? Oder ist das ein Eishockey-Spieler? Wer ist denn Mark Schwitzki? Der kommt mir voll bekannt vor. Nee, ich dachte, du kennst ihn. Na, dann nicht. Doch, erklär mir doch mal, wer das ist. Ich weiß auch nicht, wer das ist. Ich wollte nur wissen, ob du ihn kennst. Ich wollte dich ja fragen, wer das ist. Du willst mich jetzt verarschen, oder? Ist es gerade im Chat, oder was? Nein, ich meine wirklich ernst. Du rauchst schon wieder die ganze Zeit. Jetzt rauche ich auch. Dann rauche ich auch. Als zweiflucke Bier reichen. Was? Ja, reichen, damit ich einen Hiefer kriege. Soll ich jetzt Mark Schwitzki auch noch googeln, oder wie? Nee, mach es nicht. Ich wollte einfach nur wissen, ob du den kennst. Aber wenn du ihn nicht kennst, dann hat es sich ja erledigt. Er ist ein Journalist. Du brauchst ihn nicht googeln. Er ist Journalist für diverse Blätter. Okay. Nee, okay, dann hat es sich erledigt. Ich wollte nur wissen, ob du ihn kennst. Du kennst ihn also nicht. Es könnte sein. Der Name kommt mir bekannt vor, auf jeden Fall. Aber ich wüsste jetzt nicht. Also, er ist jetzt kein Homie von mir, auf jeden Fall. Okay, er sagt dir jetzt, es ist nicht direkt so, dass dir ein Bild ins Gesicht springt. Wie zum Beispiel bei Mappy. Da springt dir ja direkt ein Bild ins Gesicht. Nee, auch nicht so richtig. Ich habe ihn mal gesehen. Er hat mal einen Stream gemacht. Den habe ich mir mal angeguckt. Also, ja. Aber ich kenne ihn nicht gut, auf jeden Fall. Da weißt du, wer er ist. Mappy. Maptic. Weißt du, wer er ist? Ja, 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 ja. Ich weiß, er macht härter Streams auf YouTube. Kennst du Hertha-Base? Ist das... Hertha-Base? Es gibt doch noch so einen YouTuber. Ist der nicht so einer von Goodbye Deutschland, die Auswanderer? Auswanderer, so ein Typ? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Doch, Mann. Früher Goodbye Deutschland, die Auswanderer. Meine Ex hat das immer geguckt. Und da war so ein Typ auf Malle, der der übelste Hertha-Fan war. Der übelste Manik, der hat so einen Kinderklamottenladen aufgemacht. Wirklich. Also, ich dachte, es war der, der das Solarium auf Mallorca aufgemacht hat. Das war... Ja, nee. Er hatte eine ähnlich schlechte Idee, auf jeden Fall. Ist auch übelst auf die Schnauze gefallen damit, glaube ich. Weil Miete natürlich viel zu teuer war. Aber war auch natürlich... Das ist ja immer bei Goodbye Deutschland voll fies. Die werden ja nur zerrissen von Anfang an. Oh, aber sie wissen doch nicht, wie übelst es ihnen in zwei Monaten gehen wird, wenn sie auf der Straße sitzen. So, ich habe kein Geld für ein Flugticket zurück. Aber der ist, glaube ich, zurück. Und ich glaube, der macht jetzt auch einen Hertha-YouTube-Channel. Das ist er nicht. Okay, du kennst ihn scheinbar wirklich nicht. Aber okay. Aber kennst du... Du kennst dich generell nicht so aus mit YouTube-Leuten, oder? Kennst du hier diesen Hertha-Geek? Kennst du den? Nein. Auch nicht. Also, Maptic kennst du eigentlich auch nur von mir, oder? Nee, ich habe den mir mal irgendwie bei Feierabend vor Uhrzeiten. Da hat er, glaube ich, gerade angefangen. Da war er noch ganz schüchtern irgendwie. Hat immer ganz schüchtern in seinem Zimmer irgendwas erzählt. War aber cool. So, also, fand ich cool, dass er es gemacht hat. Aber ich kenne mich jetzt nicht so gut aus. Kennst du Nintz? Der macht so Stadion-Vlogs immer von Hertha. Kennst du den? Auch nicht. Nee, weil ich hätte mich einer angeschrieben. Flummi. Flummi. Wie fandest du das Video? Mit dem Couchmann? Nein. Ja, der hat dich da hinten reingeschnitten, ne? Hat er überhaupt die Rechte dafür? Er hat sie erfragt. Aber ich glaube, in einem Rechtsstreit würde ich gewinnen. Abmahnung ist raus. Abmahnung ist raus, ey. Digi, da kannst du Geld verdienen auf 100%. Vor allem fand ich so geil, dass er dich dafür... Ich dachte, er macht jetzt irgendwie erst mit dem Hinspiel und Rückspiel. Aber da war ja nichts. Ich dachte, er ist im Stadion irgendwie. Und man sieht ihn dann, wie er dann wieder da desperate erst mal mit seinem Bier steht. Aber das war ja nur Felicio, die alte Bracke, die dann da auf der Couch... Bracke. Die Bracke. Die Bracke. Bracke auch. Aber eine Bracke ist so ein Typ, der mit der Shisha übelst angehittet irgendwie total erleichtert auf seiner Couch sitzt. Ja, das bin ich. Eine Bracke. Eine Bracke. Das ist wahrscheinlich irgendwie ein Tier, Alter. Das Wort gibt's doch gar nicht. Das ist doch ein Neologismus. Ich glaube, es gibt's... Google mal. Bracke. Bracke? Das ist wahrscheinlich ein Junges... Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie ein Tracksuit kaufen muss oder so. Ihr seid die übelsten Stalker, ey. Übelste Stalker. Also hier steht Bracke. Die Bracke, eine Gemeinde in B2. District Eden, Provinz Westkamp in Südafrika. Das bin ich also. Ja. Alles klar. Gibt Schlimmeres auf jeden Fall. Ja. Na gut. Also, kennst gar nichts außer Maptic. Das ist ja schon mal eigentlich viel wert. Maptic, dann hier Flokis habe ich jetzt ja kennengelernt. Flokis, der irgendwie aus welchem Grund auch immer rausgeflogen ist. Und den Herthana. Rausgeflogen? Na, der macht ja nichts mehr, oder? Er macht ja keine Videos mehr. Ich weiß nicht warum. Ja, weißt du warum? Die Hater haben ihn zu Boden gezwungen. Was haben sie denn gemacht? Den Zaun eingetreten? Dann hat er gesagt... Die haben immer wieder seinen Zaun eingetreten. Der hat so oft Freunde eingeladen, um den Zaun wieder zu errichten. Aber die haben ihn immer wieder eingetreten. Ja, aber was ist denn da passiert? Scheiß drauf. Ich habe keinen Bock mehr in Zaun. Du hattest mit dem auch Kontakt, ne? Du hast mit ihm auch zusammen was gemacht, glaube ich. Ich hatte mal einen Stream mit ihm gemacht. Bei ihm. Und dann hatten wir gesagt, ja, dann machen wir irgendwie Spieltag X, machen wir einen Stream dann bei mir. Und dann hat er mir an dem Tag, zwei Stunden vorher abgesagt, meinte er, ja, ich habe private Probleme und so weiter. Danach hat er bei YouTube alle Videos gelöscht, ist mir entfolgt und hat alles irgendwie ausgemacht. Man hat niemals mal was von ihm gehört seitdem. Na doch, der postet ab und an was auf Instagram oder so, aber der macht keine Videos mehr zu erter und so. Ja, siehst du mal, weil du wieder deine Edelmann-Community auf ihn angesetzt hast. Hä? Nein, ich war doch bei ihm. Überspeckend ist. Nein, der hat sogar Donations ohne Ende bekommen, als wir bei ihm gestreamt haben. Ach so, er war auch auf Twitch oder wie? Ne, der war glaube ich auf YouTube, aber der hat, wir haben bei ihm dann gestreamt zu Hause. Er hat mich auf eine Pizza eingeladen, das war wirklich sehr lecker. Und dann hat, dann wirklich, es war eigentlich, war alles gut. Und dann hat er irgendwie, der hat aber auch sich ab und an, sage ich mal, ich sage nicht unqualifiziert, sondern emotional, also auch wie du, aber er hat es viel zu ernst gemeint. Also wenn du jetzt irgendwie so einen Witz machst oder so gegen Hater. Aber der hat es viel zu ernst genommen alles. Und irgendwie hat er dann teilweise wirklich schon so Shitstorm-artige Gegenwinde bekommen. Und dann hat er wahrscheinlich einfach keinen Bock mehr gehabt und hat einen normalen Job gemacht. So wie du es auch lieber machen solltest, ohne 2K-Zuschauer. Ja, unter 2K-Loser. Aber ist ja bei dem Herr Tana jetzt ähnlich, oder kommt der zurück? Weißt du da was? Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ich warte immer noch auf das Statement. Der ist noch nichts gekommen. Also eigentlich, der macht ja auch immer erst nach dem Spieltag. Also vielleicht kommt einfach nach dem Spiel gegen Braunschweig was. Aber wer hat denn über, bei dem Herr Tana irgendwas geschrieben? Ist das irgendwann rausgekommen? Wer, warum da plötzlich dieses Fenster aufgemacht wurde? Er hätte eine braune Vergangenheit irgendwie oder so? Hast du irgendwas, irgendeinen Ausdruck, dass der irgendwas gesagt hat, mal gehört? Vorher oder was? Na generell. Es wurde ja, glaube ich, ich hatte nur auf Facebook gesehen, dass jemand gesagt hat, er hätte mal irgendwas... Na, 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 es war in meinem... Wir haben einen Stream gemacht, wie mit Kai Bernstein, wie mit Frank Steffel. Und da kamen Leute rein, die haben alte Screenshots gepostet von seinem Facebook-Profil. Da hat er einen Witz gemacht, den ich jetzt nicht sonderlich witzig finde. Oder es war kein Witz, das will ich ihm jetzt nicht unterstellen. Ich weiß es auch nicht. Da gab es ja bisher auch kein Statement bezüglich... Das war bei dir sogar, oha. Nee, da haben es Leute reingeschrieben in den Chat. Okay. Also bei der Präsidentengeschichte, wo er sich geworben hat. Genau. Und da waren dann... Da war so ein Bild von so einem Bierträger. Nee, von so einem... Von so einem Bierträger, sag ich schon. Von so einem Bier... Wie nennt man das denn? Bierverteiler im Olympiastadion, der diese Bierrucksäcke hat. Kennst du das? Ja, die Rucksäcke, ja klar, die geilsten Typen, Mann. Ja, bester Mann, ja. Der musste sich gut anfreunden mit so einen Leuten. Dann hast du... Der hat... Der war schwarz. Und dann hat er ein Foto gemacht. Also schon fünf Jahre oder so. Er hat gepostet, ähm... Ähm... Kalou beim Warmmachen. So. Und das Bild alleine... Kann rassistisch... Ich hab... Mein bester Freund ist ja schwarz. Ich hab den gefragt, wie würdest denn du das finden? Findest du das rassistisch oder nicht? Ja. Er meinte ja dann erstmal, ja, das sah... Der sah für mich einfach aus wie Kalou. Andere haben gesagt, der sieht überhaupt nicht aus wie Kalou. Und dann war diese Streitigkeit da, ja. Und dann hab ich meinen Kumpel gefragt. Und er meinte, er kommt immer auf den Kontext an. Also wenn ich das jetzt posten würde, Felizio, dann wär's nicht rassistisch, weil ich's dann so meine. Ich wollte gerade sagen, ich muss... Ich muss mir gerade auch das Lachen verkneifen. Kommt auf den Kontext an. Kommt auf den Kontext an. Es gibt ja auch Leute, die andere als Michi Preetz irgendwie beschimpfen. Ja, das meine ich ja. Es kommt auf den Kontext an. Wenn du sagst, nur weil er schwarz ist, deswegen ist er Kalou oder so, dann ist es natürlich rassistisch. Aber wenn du sagst, weil du findest, er sieht so aus, dann nicht. Und dann sind halt... Ja, das würde ich auch sagen. Ja, deswegen... Aber es gibt natürlich trotzdem Leute, die dich alleine wegen dieses Bildes verurteilen. Wenn ich das hochladen würde, würden mich auch Leute dafür verurteilen. Und dann... Ja, wahrscheinlich. Aber hat er wahrscheinlich nie dran gedacht, würde ich mal. Würde ich mal denken, oder? Und dann sind halt noch andere Screenshots aber aufgetaucht, wo er halt so gewisse Begrifflichkeiten... Weiß man aber jetzt nicht, ob die echt sind. Keine Ahnung. Er hat sich ja dazu nicht geäußert. Wo er irgendwie in Kommentarspalten gewisse Begrifflichkeiten genutzt hat, die, sag ich mal, ich so als absolut... Ich bin ja so übelst liberal. Also weder links noch rechts. Finde ich beides nicht gut. Ich bin so... Ja, bin ich auch von... Ich bin eigentlich gar nicht politisch, aber wenn, dann liberal. Ich weiß, du willst ja immer alles raushalten. Bloß keine politische Herausforderung. Ich hasse Politik. Ich finde es scheiße. Ich gehe auch das nächste Mal nicht mehr wählen, weil ich einfach immer nur enttäuscht werde. Ich habe da auch keinen Bock drauf. Ich finde alles scheiße. Ich finde wirklich jeden scheiße in der Politik. Jeden. Und deswegen... Ja, und auf jeden Fall kamen dann Sachen so raus, ob die jetzt echt sind oder nicht, keine Ahnung. Aber die dann halt diesen Kontext ergeben haben. Und wenn dieser Kontext so ist, dann finde ich es natürlich auch nicht cool. Aber ich kann es halt nicht sagen. Keine Ahnung. Und das war dann... Okay. Aber kann ja nur er... Warum macht er... Er macht doch sowieso immer Videos. Warum setzt er sie nicht hin... Und labert mal 20 Minuten. Also das ist ja schon ein bisschen komisch. Also wenn mir jemand unterstellen würde, ich hätte recht das Gedankengut, dann würde ich aber auf 100 Prozent Dreiviertelstunde übelsten Hate ausschütten, weil ich als alte Punk-Bratze, das wäre eher beleidigend für mich irgendwie. Und so wie ich ihn bisher kennengelernt habe, ist er ja nun jemand, der auch gerne redet. Dann ist es schon ein bisschen komisch, dass er sich jetzt mega zurückzieht. Ja gut, aber die Posts waren schon komisch. Ich habe es jetzt nicht ausgeführt, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, für mich als jemand, der liberal ist, also wenn der Post von ihm war, ich würde so eine Worte nicht benutzen irgendwie. Also es war jetzt nicht so, dass du sagst, es sind rassistische Worte an sich, aber dieses Vokabular ist mir irgendwie fremd. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, was es war, aber es war für mich schon so, keine Ahnung, also sowas würde ich irgendwie nie sagen. Und das hat so diese Kontext, weißt du, aber ich weiß auch nicht, ob ich das nicht vorstellen. Okay. Sag mal apropos überhaupt, wir haben uns gar nicht mehr geredet, unser letzter Stream war vor der Präsidentenwahl. Glaube ich. War das so? Warte mal, Chat. Ich glaube ja. Ja, ja, wir haben den, ich glaube, am nächsten Tag war die Präsi-Wahl und du hast noch gesagt, wie, du gehst da nicht hin, das kann ja nicht wahr sein. Ich musste wieder mal arbeiten. Ganz kurz, Chat, war der Stream vor der Präsidentenwahl oder danach? Der war am Samstag und Sonntag war Präsi-Wahl. Wir haben darüber gar nicht geredet. Warst du, warst du happy? Warte, ich will jetzt erst mal wissen. Die haben geschrieben, also doch, er hat ein Statement geäußert auf Facebook. Aber ich habe erstens kein Facebook, ich habe es zwar gelesen, aber da ist er für mich nicht genug drauf eingegangen irgendwie. Ja, ich habe, das hatte ich ja auch gelesen, aber es war nur schriftlich irgendwie, wo er gesagt hat, deswegen tritt er zurück irgendwie. Ja, aber ich wollte, ich dachte, da kommt noch mal was so von, zu den Vorwürfen. Na eben, ein Video, der macht doch Videos, dann würde ich doch sofort ein Video machen. Hallo? Also das würde ich ja so nicht stehen lassen, also wirklich. Und vor allem muss man aber auch sagen, also ich will jetzt nichts gegen ihn sagen, weil ich fand, seine Videos immer cool, ich habe immer gelacht irgendwie, weil er halt auch so ein Typ ist, der nach dem Spiel, egal ob der jetzt breit ist oder nicht, sich hinsetzt und redet noch mal drüber und ich fand es eigentlich immer ganz cool, habe ich mir gerne angeguckt, aber dass er als Präsident kandidiert, dann musst du auch damit rechnen, dass irgendwie Leute probieren, dich in irgendeine Ecke zu trennen, um dich in Misskredit zu bringen irgendwie. Dann musst du aber auch so cool sein und sagen, okay, jetzt äußere ich mich dazu und nicht irgendwie Facebook irgendwie was schreiben und dann ziehst du dich zurück. Das verstehe ich jetzt nicht so richtig, weil er hat ja auch, er hat ja auch die Öffentlichkeit über dich und so genutzt, um praktisch sich da zu positionieren und Wähler zu finden oder zu kriegen, dann musst du auch dann sich äußern, finde ich. Also dann gar nichts zu machen, finde ich komisch. Ja, sehe ich auch so und ich finde, also ich sehe es absolut genauso. Ich habe mir auch gesagt, ich würde da ein Video erwarten, also ich von außen stehend, wo das noch gar nicht so hochgekocht ist, einfach nur kurz nach dem Stream, meinte ich ja, mach ein Video dazu. Sag alles so, wie es ist. Ja, dann weiß ja jeder, woran er ist. Aber man muss dazu sagen, er hat, ich war ja wirklich dicke mit ihm, er war ja auch schon mal bei mir zu Hause, der war immer nett und so weiter. Ich habe ja zum Beispiel, das sage ich jetzt nur, weil er das ja auch wusste, ich habe ja eine Freundin, die ich irgendwann auch mal heiraten werde, die ist Muslimin und ich habe ihm das vorher auch gesagt, als er zu mir gekommen ist und so weiter. Das ist ja mal sehr interessant. Schon einen Antrag gemacht? Noch nicht. Okay. Jetzt hör auf, das Thema zu wechseln. Ich will es nur kurz abschließen, dann können wir gleich darüber sprechen. Okay, okay, okay. Er weiß auch, also ich war wirklich, ich habe mich öfter mal mit dem auch so getroffen und er wusste auch, dass mein bester Freund schwarz ist. Also der ist wirklich schon seit, weiß ich nicht, seit 15 Jahren mein bester Freund. Also nicht einfach nur, ja, das ist jetzt mein bester Freund, weil ich den so oft sehe, sondern es ist wirklich, wirklich so mein bester Freund durch alle Zeiten und dass ich eigentlich auch eher sensibel auf den Thema bin. Ich habe ihn nie so kennengelernt. heißt aber trotzdem nicht, dass ja nicht einer trotzdem so denken kann. Ja, also ich will weder, ich kann es dir nicht sagen, keine Ahnung. Solange er sich dazu nicht wirklich ausführlich äußert, ist es jetzt echt, wie hat er das gemeint mit diesen Screenshots und so weiter, kann ich kein abschließendes Urteil da zu mir bilden. Aber ich kann trotzdem in der Öffentlichkeit sagen, so wie ich ihn kennengelernt habe, habe ich ihn nicht so kennengelernt. Ich habe auch, was man übrigens viel bei Leuten hört, mit denen man, also sagen wir mal, bei Fußballfans oder bei Deutschen hört, die viel, wenn du mit denen privat bist, die sich sehr, sehr rassistisch die ganze Zeit äußern, hörst du ja viel, finde ich gar nicht cool und ich bin da wirklich auch mega empfindlich aufgrund meines Umfeldes halt. Ja, und das sage ich den Leuten dann auch immer, sage ich, das finde ich überhaupt nicht lustig und finde ich überhaupt nicht cool, habe ich bei ihm nicht einmal gehört. Also entweder kann er es gut verstecken, keine Ahnung, oder er wusste es, weil er ja weiß, wie mein Umfeld ist. Aber ich kann dazu nicht sagen, ich kann nur sagen, wie ich ihn kennengelernt habe und ich kann sagen, wie er sich öffentlich geäußert hat, das ist für mich irgendwie nicht so richtig ausreichend, um als Außenstehender da ein Urteil zu fällen. Ja, verstehe ich. Mal schauen, ob er noch was macht. Also eigentlich muss er ja. Ich würde es machen an seiner Stelle. Ja, natürlich. Also kannst du ja so nicht stehen lassen und wenn du jetzt einfach weitermachst, als wäre nichts passiert, wäre ja schon ein bisschen merkwürdig. Ey, ja, ich finde, da muss man auch gar nichts zu sagen. Ey, weißt du so, das ist, also wer, also ob jemand schwarz ist oder Moslem oder oder Katholik, das ist doch völlig, also das ist so, also ich glaube, wer in Berlin wohnt, ich finde es ja generell, jetzt wird es doch ein bisschen politisch, aber das ist halt meine Überzeugung, ich finde es halt völlig, das ist für mich so ein, also wirklich das aller, aller dümmste Einzeller-Denken irgendwie. Die meisten Leute, die so ein Denken haben, sind ja die, die irgendwo auf dem Land wohnen und nie einen Ausländer gesehen haben, die dann da abhäten und sagen, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg und so eine ganze Scheiße. Es ist einfach, ähm, also, sowieso dumm und ich meine, gerade auch im Fußball gibt es ja oft irgendwie Leute, die ja Affengeräufschirm machen, irgendwie. Aber es gibt ja eigentlich weniger. Naja, ist jetzt nicht so lange her, wenn du an Toru denkst, irgendwie, das ist ja gerade mal, ich weiß, zwei Jahre her, oder? War das nicht auf Schalke so, dass da irgendwie sowas, äh, so nur so eine Geräusche. Stimmt, aber es gibt es eigentlich... Das ist noch nicht lange her. Ja, stimmt, das ist gar nicht lange her. Das war bei, als Klinsmann da war. Stimmt. Genau. Ich habe nicht vergessen. Und ich meine, das ist halt einfach, erst mal ist das natürlich sowieso, äh, natürlich für denjenigen absolut krass, weil es halt, jemanden wegen der Hautfarbe zu beschimpfen, ist halt das Allerniedrigste. Aber, ist auch so dumm, weißt du, bei einer eigenen Mannschaft spielen ja genauso schwarz und die werden dann da abgefeiert. Irgendwie ist halt so dumm, Alter. Das ist genauso wie die Leute, die sagen, ey, die scheiß Türken und holen sich dann aber immer einen Döner und hängen dann da rum irgendwie, wo ich auch denke, ey, ihr seid so dumm einfach. Dumm, dumm, dumm. Aber okay, ist ja auch egal. Ich glaube, das ist so wie beim Ärztekonzert gegen Nazis zu rufen, das ist halt dumm, das ist normal. Also, so denkt man halt einfach. Achso, hier schreibt gerade Perry, er muss gar nichts, nehmt euch mal nicht zu wichtig. Das war gar nicht so darauf bezogen, er muss, sondern es war darauf bezogen, wenn er dazu, es muss, keiner muss irgendwas, ja. Ich habe mich ja am Ende auch gerechtfertigt, ich muss gar nichts machen, ich muss mich überhaupt nicht rechtfertigen. Nein, er muss jeder selber wissen, er kann machen, was er will, er muss sich auch vor mir nicht rechtfertigen. Ich sage nur, ich würde es mir wünschen, wenn es falsch dargestellt wird, dass er seine Seite genauer vielleicht darlegt. Einfach das gemeint sich damit. Naja, was nehmen wir uns denn wichtig? Wir sagen ja nur, was wir denken irgendwie und die Sache ist halt, ich finde es schon komisch, dass jemand, der jede Woche ein Video macht, klar, es geht ja um Fußball, aber wenn dann im Sinne, wenn sich jemand als Präsident bewirbt, dann ist es, finde ich, normal, dass irgendetwas ausgekramt wird. Ja, es werden tausend Sachen ausgegrabt. Es bekommt immer irgendwas, ja, ist so und dann musst du dich dazu halt äußern und wenn du das nicht machst, finde ich es schon komisch. Aber gut. Also hat er ja bei uns am Ultra. Bei uns am Ultra. Wo gleich wieder alle sagen, ey Mann, das darf man jetzt überhaupt nicht immer sagen, aber was war denn jetzt? Ex-Ultra. Ja, sage ich ja, Ex-Ultra. Weißt du, neulich kam, einer zu mir, das ist kein Scheiß, neulich kam einer zu mir und meinte, da hatte ich dieses Mitgliederarmband um, ja, weil ich das ja so lange... Das war festgewachsen schon, die habe ich schon auch, habe ich gedacht, der ist auch so alt, ey, jetzt nimm es ab, ist schon in der Haut verbarst. Mann, Junge, das habe ich so lange getragen, bis Hertha das erste Mal verliert, was ja heute der Fall war. Oh nein, wirklich? Auf jeden Fall habe ich das getragen und dann kommt einer zu mir und sagt so, was ist denn das? Also so einfach so random auf der Straße. Was ist denn das? Und so. Ich sage so, ja, ich war bei der Mitgliederversammlung, erzähle es so, ich trage das so lange, bis Hertha verliebt und so weiter. Er meinte, ja, Mitgliederversammlung, ja, hast du auch diesen Hooligan gewählt, der wahllos Leute verprügelt? Ja. Also erstmal habe ich gar nicht gesagt, dass ich ihn gewählt habe und es gibt ja schon einen Unterschied zwischen Hooligans und Ultras, vielleicht sind die Grenzen manchmal auch fließend, vielleicht sind auch manche beides, keine Ahnung, aber ich würde jetzt nicht sagen, jeder der Ultras ist automatisch ein Hooligan und verprügelt wahllos irgendwelche Leute, die haben ja sogar, kommt ja auch noch dazu und dann meinte, dann meinte er so, er ist doch so, er war richtig aggressiv, dann meinte er so, er ist doch so, er hat Leute verprügelt, guck doch mal, wie oft der Stadionverbot hat und dann meinte ich, ja, komm, okay, lass es gut sein. Also es ist in allen Bereichen so, ob jetzt bei Marco, dem Herr Tana, dem ich ja wirklich überhaupt nichts Schlechtes wünsche, jeder sucht immer nur irgendwelche schlechten Sachen aus der Vergangenheit, egal wie alt die sind, ob bei ihm jetzt mit dem Ultra, ey, können Menschen nicht auch an einem Tag so sein und dann in zehn Jahren anders sein? Ja, natürlich können sie das ist ja natürlich, jeder hat, ja, aber so, ich meine ja damit nur, dass auch der Kai auf diese Vorwürfe ja auch reagiert hat und hat gesagt, ja, Mann, ich war Ultra. Das hat er aber cleverer gemacht, das war vielleicht einfach cleverer, smarter. Aber sich zu äußern, ist halt dann nie verkehrt irgendwie, also, das ist ja alles, was ich sage, ich hätte von, oder ich erwarte es immer noch, dass der Herr Tana vielleicht dann auch noch ein paar Worte im Stream sagt und sagt so, ey Leute, ich bin der Letzte, der was jemals, äh, aber das hat er ja in seinem Statement gesagt. Dann musst du dir das nochmal durchlesen. Aber, ist ja jetzt auch egal, ist jetzt lange, aber Kai, aber, aber über Kai bist du glücklich, oder? Also, ich werde immer noch nicht sagen, wen ich gewählt habe, ich hätte mit beiden Entscheidungen leben können. Also, ich war völlig neutral und ich habe mich auch erst an dem Tag, äh, ich habe mich erst an dem Tag entschieden vor Ort. Also, ich bin echt übelst gespannt, ey, wirklich übelst gespannt. Also, ich finde, alles, was der sagt, was der macht, finde ich echt übelst authentisch. Und, ich finde, man hat schon ein gutes Gefühl, finde ich, weil es halt jemand ist, du merkst halt, der Verein liegt ihm echt mega am Herzen. Und, das ist cool. Ich hoffe, dass das halt, äh, in die richtige Richtung geht. Ja, und dass er halt auch nicht so frontet gegen, weiß ich jetzt, ähm, ja, zum Beispiel gegen alle möglichen halt. Du musst halt wirklich probieren, er sagt das ja auch, du die Leute zusammenbringen musst. Ich hoffe halt, dass er jetzt nicht nur irgendwie, jetzt irgendwelche, alten, äh, weiß ich, so, Fanszenen, ähm, die du mal hast irgendwie probiert zu kittenden, sondern, dass er auch wirklich, wie er ja auch sagt, jetzt Präsi ist und probiert alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Ich traue ihm das aber schon zu. Also, ich finde, bisher macht er einen sehr, sehr geilen Eindruck und, ähm, ich meine, das ist halt so, ich hätte es beiden zugetraut. Ich sage dir ehrlich, wie es ist, es sind völlig unterschiedliche Kandidaten. Ich hätte es beiden zugetraut und jetzt sollte man, egal wen man gewählt hat, jeden unterstützen und dann kann man ja am Ende nach zwei Jahren überlegen, ob man den gut fand oder nicht. Genau. Ja, genau. So würde ich es einfach mal sagen. Ich muss mich mal ganz kurz bedanken, einmal bei Miss Million für dein Stufe 1 Abo. Vielen Dank, zweiter Monat am Start und an Fibbel SGE. Vorhin beleidigst du noch Eintracht Frankfurt, du alter Penner. Und jetzt kriegen wir hier von Fibbel SGE fünf Geschenkabos in die Community rein. Danke, du geile Sau. Ey, Mann, ich habe Eintracht auch nur beleidigt, weil ich Frankfurt einfach als Stadt so scheiße finde. Eigentlich muss man ja sagen, doch, ist eine kackehässliche Stadt. Ey, Goldmann, jetzt wird Goldmann dich lieben. Goldmann wohnt nämlich in Offenbach und der hasst Frankfurt. Ja, siehst du, Grüße gehen raus. Aber, ich meine, Frankfurt hat ja, also das muss man wirklich sagen, die haben ja die ganzen, wirklich seit, ich glaube jetzt schon drei Saisons oder so, spielen die übelst guten Fußball europäisch. Da könnte Hertha sich die letzten zwölf Jahre angucken. Hätten die einmal so sich den Arsch aufgerissen, europäisch, dann wäre jeder stolz gewesen. Also ich war immer, immer enttäuscht. Jede Europacup-Saison, da musst du schon zurückgehen auf, wo noch Darius Wosch gespielt hat in der Champions League, wo du dachtest, boah, ich bin richtig stolz, wie die alles geben. Danach war nichts immer, nichts, Nullleistung, nur so, sind viel zu wenig Zuschauer da, ach, die Gegner sind nicht attraktiv. Ja, warum wohl? Ja, weiß ich nicht, aber die Eintracht hat, die Eintracht hat ja auch gegen schlechte Gegner gespielt, aber hat immer alles gegeben und das finde ich halt echt cool. Ich wollte jetzt gerade die Zuschauer verteidigen, warum sind denn so wenig Zuschauer da? Weil die wissen, es wird ein Scheißspiel. Genau, das kannst aber nur du als Mannschaft ändern, wenn du das nicht machst, dann musst du dich nicht wundern irgendwie. Also deswegen muss man sagen, Frankfurt hat gut gespielt, deswegen kriegen sie auch meinen Respekt. Ja, da freut sich Frankfurt auch. Also ich glaube, die hätten gar nicht damit leben können, wenn sie deinen Respekt nicht bekommen hätten. Wollte ich gerade sagen, also Eintracht. Was ist ein Joint oder? Das ist jetzt ein Joint. Das ist ein Jolly. Ein Johnny, ein Jolly. Ein Jolly. Kurze Frage. Eine Community-Frage, die ist nicht von mir selbst gestellt. Frag mal Flo, warum er dich nicht auf YouTube abonniert hat. Ja, geil. Und zwar war das, glaube ich, ich hatte dich mal abonniert und dann hat mir jemand gesagt, dass du, blöde Sau, mich mit Michael Preetz vergleichst. Und dann habe ich gedacht, so dieses blöde Schwein, sofort Abo abbestellt. Und dann muss man aber sagen, Alter. Abbestellt? Abmahnung und... Du hast aktiv gekündigt. Ich habe aktiv natürlich bei YouTube auch gesagt, pass auf, der Typ vergleicht mich mit Michael Preetz. Abmahnung. Du bist, glaube ich, aktiv deabonniert? Ja, natürlich, weil Sarah hatte damals gesagt, ey, der Typ irgendwie bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, ey, Arschloch. Da wusste ich ja noch nicht, was du für ein lieber Schnoddel bist. Also insofern, ich habe es einfach, ich habe es vergessen, wieder reinzumachen. Aber ich wollte heute feierlich, aber ich kann es ja gar nicht, das mache ich bei der Strickloge, damit das auch feierlich gebührendlich bewiesen ist. Und man muss für Ehrenrettung ja sagen, ey, ich habe ein Twitch-Abo abgeschlossen. Und ich habe vorgestern die Benachrichtigung bekommen, ey, die haben mir schon wieder 3,99 abgezogen. Ich dachte, das ist eine einmalige Zahlung. Das ist die Abo-Falle. Jeden Monat kriegt der Digi jetzt hier 4 Euro von mir. Aber das hat denn das mit YouTube zu tun? Erstmal sind es 3,99. Mach es nicht teurer. Bei YouTube bist du nicht abonniert, aber ich zahle Geld bei Twitch. Das ist ja wohl schon mal sehr gut. Aber natürlich kriegst du mein Abo jetzt auch bei YouTube. Ey, ich habe dir so viele Kanäle. Ich habe dir so viele Hater gebracht, das ist ja wohl ein Abo das Mindeste. Ja, pickst du auch. Dislike kann ich ja nicht machen, deswegen ein Abo. Ihr werdet bald, natürlich kannst du disliken. Disliken ist auch okay. Nein, das mache ich doch nie. Ey, ich schwöre es euch, jeder der disliket, ist besser, als wenn er nichts macht. Selbst ein schlechter Kommentar ist für den YouTube-Algorithmus besser, als wenn er nicht kommentiert. Ach so, wirklich, ja? Ja, ist so. Na dann, Leute, dann kommt man zur Stichlose und hate it up. Hate it up. Also, ich bin wirklich maßlos enttäuscht darüber, dass du mich da nicht abonniert hast. Doch, ja, es tut mir leid. Komm. Außerdem, außerdem hast du kein Amazon, oder was? Äh, doch, aber irgendwie habe ich... Ja, das kann man verbinden, da kannst du kostenlos abonnieren, musst du nicht mal Geld ausgeben. Ja, dann erklär doch mal, wie es geht. Sarah und auch Joel haben das probiert und sagen, es geht nicht. Du kannst es zwar verknüpfen, aber trotzdem um deine... Ich glaube Joel nicht, dass er das nicht hinkriegt. Das glaube ich ihm nicht. Das werde ich ihn persönlich fragen. Ich glaube ihm nicht, dass er in seinem Alter das nicht hinkriegt. Dann frage ich mich, wenn er das nicht hinkriegt, wie kann er einen Job haben? Wie kann er im Labor arbeiten? Das können wir ihn mal fragen. Und was macht er da im Labor? Hoffentlich keine wichtigen Sachen, wenn er das nicht hinkriegt. Wichtige Krankheiten analysiert der Mann. Ja, 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 ja. Mordfälle. 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 Genau, Alter. Charlotte. Also, ich glaube, ich glaube, die wurde von ihrem Mann erschlagen. Das war die DNA von ihm. Ah, nee, doch nicht. Der Opa. Nee, Selbstmord. Naja, dann. Selbstmord durch Affenpocken. Genau so ist es. Wissentlich sich selbst mit Affenpocken infiziert, um zu sterben. So ist es. So ist es. Ja, du, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ja, ich fand es ja auch lustig. Mir war das ehrlich gesagt nicht bewusst, dass du nicht abonniert bist. Weil du wirst ja mir immer angezeigt. ich denke immer. Ja, wenn ich überall präsent bin. Ich finde es auch eine Frechheit überhaupt, dass das überhaupt so offen angezeigt wird. Was sind das bitte? Dann steht da unten plötzlich so, ey, du hast den Herr Tana abonniert, aber mich nicht. Wieso kannst du das überhaupt sehen? Das ist ja eine Frechheit. Ach, den hast du abonniert? Ich könnte, hast du doch selber gesagt. Ich könnte ja auch irgendwie, weiß ich was, für anzügliche Leute, Rocco Seyfriedi da irgendwie abonnieren und dann sagt jeder so, Dirk Diggler. Diggler, genau. Das ist ja peinlich, muss ich mir mal angucken. Nicht, dass da so eine Menge Hörste irgendwie abonniert sind. Ich muss das mal abdecken. Ja, check das mal ab. Nicht, dass dann da irgendwie steht, du folgst hier, keine Ahnung, Union Berlin Fankanal, aber Felizio nicht. Das wäre ja wirklich peinlich. Haben die überhaupt auch sowas? Bestimmt, oder? Hast du mal von Union, du bist doch in Kontakt mit allen, merkwürdigen, äh, was? Mit Menschen? Ja, sehr gut. Ja, finde ich ja, ich finde es ja auch wirklich eine coole Idee. So, es ist wirklich eine coole Idee. Aber wie kommst du denn an die ran überhaupt? Schreibst du die an jetzt irgendwie und guckst auf YouTube, wer macht jetzt einen Kanal über, über Dortmund zum Beispiel und schreibst den an? Oder, oder, wieso kennst du die alle? Ich sag dir so, Fame regelt alles. Ach, Aber das weißt du natürlich nicht, weil du bist völlig unbekannt. Nein, 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 unter 2K. Unter 2K. Mach mal lieber einen normalen Job. Nein, ich hab, also Nico hatte mich damals, also der, der Bremen YouTuber, das ist ein guter Connector und auch ein sehr guter Freund von mir, der hatte mich damals angeschrieben, weil irgendeiner aus meiner Community ihm immer orientiert. Das ist auch ein entspannter vor allem, der ist auch entspannt. Der ist super. Der ist super. Der da immer hängt, wirklich echt sehr sympathisch, muss man sagen. Ja, ne, auf jeden Fall hatte irgendeiner aus meiner Community. Aber Junge, du musst doch auch mal ein bisschen Hate aufbauen, so. Ey, komm. Ja, ich hasse ihn doch. Ich hasse dich. Ich hasse genug Leute. Du bist scheiße. Also, ich bin auf Platz 1, das finde ich gut. Das will ich auch bitte bleiben. Du bist der Drachenlord von Hertha. Boah, ey, das ist der schlimmste, Ich hab mir diesen Honk natürlich angeguckt, weil mein Bruder es gesagt hat, das ist das Schlimmste. Also, der tut einem ja schon leid irgendwie, weil man denkt so, ey, der hat das wirklich nicht mehr im Griff, so alles. Aber, ähm, ja. Was sind dann jetzt, wo wir jetzt mal hier bei Trish sind? Wir wollen dich jetzt mal hier auch mal ein bisschen in Bredouille bringen, finde ich. Mach mal. Also, die, sagen wir mal, die drei, oder die, nee, wir machen natürlich wieder die großen fünf, die, deiner Meinung nach, unsympathischsten Klubs der Bundesliga. Oh, das ist gut. Top fünf. Das ist ja viel zu einfach eigentlich. Spieler wäre noch geiler. Äh, Klubs, also, mega, mega unsympathisch, finde ich wirklich, wirklich leider. Wolfsburg, also, kann ich überhaupt nicht ab. Ich weiß auch nicht, alleine, weil die in der Zeit, wo ich richtig krass Hertha-Fan geworden bin, gefühlt, alle Spieler uns weggekauft haben. Alleine, dass Marcelo da hingegangen ist. Ja, das war hodenlos damals, ja. Dann ist auch noch, oh, Vorsicht, mein Freund, Vorsicht. Ach so. Ja, ach so, ja. Abmahnung, geht raus. Es war so unfassend. Abmahnung geht raus. Es war wirklich, Mann, ja, aber so denke ich, guck mal, so hatermäßig, lösche ich doch gar nicht. Ja, lösche deinen Kanal, bitte, ab heute. So hatermäßig, denke ich doch gar nicht. Ja, okay. Wolfsburg finde ich super. Also finde ich auch. Nee, ich bin dran. Ich, du hast mich gefragt, das finde ich auch. Abwechselnd, abwechselnd. Ach so, okay. Also, also nur Bundesliga haben wir gesagt. Ähm, Leverkusen auf Platz 5. Echt? Findest du die so scheiße? Die sind mir eigentlich voll egal. Ja, aber deswegen finde ich die auch scheiße. Werksteam scheiße. Weil sie mir egal sind? Findest du sie scheiße? Nee, ich finde sie einfach, weil sie dir auch so egal sind. Sind mir mega egal. Der Klub ist egal. Immer irgendwie, immer einen Hass drauf gehabt, weil das Herren dahinter steht und sie immer so tun, als wenn es gar nicht so wäre. Also bei mir Leverkusen 5. So, 4 ist bei mir RB Leipzig. Okay, 4 ist bei mir, würde ich auch Wolfsburg als 4. nehmen. Auch mega unsympathisch. Nichts, nichts sagender, unbedeutender, kackvereinbar. Eigentlich muss Wolfsburg noch weiter hochgeradet werden bei mir. Ja, 4 ist Leipzig. 3 ist bei mir. Jetzt wird es schon schwierig, sich zu entscheiden, wer welche Position einnimmt. Nee, warte mal, wir machen andersrum. Ich mache 4 Hoffenheim, weil ich finde Hoffenheim irgendwie nicht ganz so schlimm wie Leipzig. Ich weiß auch nicht warum, weil es ist eigentlich auch nicht groß anders, weil ja Dietmar Hopp dahinter steht. Aber irgendwie hat Hoffenheim, ich weiß auch nicht, damals, als sie aufgestiegen sind, war es irgendwie eine sympathischere Art und Weise, weil die irgendwie so Bayern-Paroli geboten haben. Aber irgendwie auf einer, ich kann es nicht mehr erklären, weil es war ja ein, also die haben auch überhaupt keine Tradition am Ende, aber es war ja ein kleiner Club. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie finde ich auf jeden Fall Leipzig noch beschissener. Also 4 ist Hoffenheim, 3 ist bei mir Leipzig. Okay. 3 ist bei mir. Ich habe ja immer schon so eine Nürnberg-Abneigung gehabt. Scheiße, ich habe mal jemanden vergessen. Nürnberg finde ich immer scheiße, Augsburg finde ich ja richtig scheiße. Augsburg ist für mich ähnlich wie der 1. FC Nürnberg. Die haben doch nicht mal eine Raute. Die haben keine Raute und die sind aber auch scheiße. Schon immer irgendwie unsympathisch finde ich, vor allem die sind mit uns aufgestiegen und sind seitdem nicht mehr abgestiegen, obwohl die einfach immer richtig kacke waren. Und wir sind glaube ich 4 oder 3 Mal abgestiegen seitdem. Augsburg auf 3. Okay, ich muss nochmal wechseln. Also ich nehme Wolfsburg raus, Hoffenheim ist auf 5. Ich kann die einfach nicht weglassen. und ich muss HSV auf 4 nehmen, auch wenn es in Tradition ist. Aber die sind ja nicht Bundesliga, Digi. Achso, dann muss ich doch nicht. Dann lasse ich so. Okay, HSV ist so unbedeutend, die sind raus aus dem Rating, weil die nämlich in der 2. Liga spielen seit 5 Jahren. Ja, gut. Das ist ein arroganter, schnösel. Sonst wären die bei mir natürlich auch drin gewesen. So, was 3 hatte ich gerade, ne? Augsburg. Ja, Schalke. Achso, Entschuldigung. Ey, ganz ehrlich, hier schreiben gerade ganz viele Bayern. Ich habe gegen Bayern gar nicht so krass was. Das juckt mich nicht. Die sind in irgendeiner Weise irgendein Konkurrent für mich. Die jucken mich einfach gar nicht. Die vertreten wenigstens Deutschland international gut. Ich würde mich freuen, wenn mal Dortmund wieder Meister wird. Aber Bayern ist mir scheißegal. Ich habe gar nichts gegen Bayern. Jetzt kommt bei mir Platz 2. Das ist natürlich Union. Ah, scheiße. Die habe ich ganz vergessen. Die waren gar nicht in meinem Kopf. Kennst du die? 2 ist Schalke. Kenn ich. So ein Dorf, so ein Waldverein. Schalke. Schalke. Schalke 04. Finde ich einfach richtig kacke. Ich finde den Namen kacke. Die Stadt. Die Stadt finde ich kacke. Und ich finde auch so, Warst du schon mal da? Ich bin mal durchgefahren. Du fährst ja von Bochum über Darmstadt. Schalke. Das ist ja Wahnsinn, wenn du da unten bist. Das ist wirklich krass. Ich habe ja da studiert. Du hast, wo? Bochum. Habe ich dir das nicht letztes Mal schon erzählt? Nee, wusste ich nicht. Krass. Okay, dann weißt du ja, das ist ja alles super nah zusammen. Und Schalke finde ich auch einfach, das war immer unsympathisch, wenn wir gegen die gespielt haben. Immer mega Atzen irgendwie. Wirklich so eine Leute, habe ich glaube ich letztes Mal schon erzählt, die sich prügeln wollten. Achso, das hast du mir letztes Mal erzählt, ja. Aber ey, du kannst ja jetzt nicht... Ja, nee, aber ich finde alles. Ich finde auch hier Tönnies fand ich immer ganz schlimm, den Typen irgendwie. Ja, den finde ich auch schlimm. Aber man muss noch mal unterscheiden, weil ich finde es immer ein bisschen dumm, ich finde es immer ein bisschen dumm, so Fans zu sagen, ja, die finde ich scheiße, weil ich will gar nicht wissen, wie viele Leute Hertha-Fans richtig asozial finden. Ja, also das muss man schon... Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, allein dich. Ja, wenn du so das Aushängeschild von Hertha bist, da denkt man sich auch, ach du Scheiße, das ist ein Anstalt. Das sollten wir vielleicht mal irgendwie vorschlagen, ob ich nicht der neue Ehrenpräsidier Ultras werde. Da würde einiges anders laufen. Ich bin nämlich doch immer nett und nice eigentlich. Also ich rede immer von Hertha. Ja, immer. Und wir sind doch, wir haben doch so ein richtig nettes Fanvölkchen eigentlich. Auch zu den eigenen Spielern sind die immer richtig PC. Aber Schalke muss man wirklich sagen, ey komm, da kannst du nichts gegen sagen, die sind einfach... Deswegen ist Schalke auch bei mir auf der Eins. Ich muss sagen... Ah, super. Ey, weißt du, da redet er fünf Minuten, was irgendwie für Schalke spricht. Nein, weil du es immer nur auf diese Menschen beziehst. Es gibt bei jedem Verein Scheißleute und nette Leute, aber zum Beispiel... Ich sieh's auf alles. Große, ganze Schalke. Ja, weil zum Beispiel Kesti ist, mit dem ich ja auch mal YouTube-Videos mache, der ist eine richtig geile Sau. Aber ich konnte Schalke einfach noch nie ab. Und ich weiß, die haben auch eine krasse Fanbase. Also wenn die mal erfolgreich wären, die hätten auch geisteskrank viele Auswärtsfans und so weiter. Ich glaub, das ist auch einer der größten Klubs Deutschlands. Aber ich kann diesen Verein einfach nicht ab. Es gibt einfach so... Es ist wie beim HSV. HSV, ich schwör's dir, ich finde, mir tun die Leute auch leid mittlerweile, die HSV-Fans sind, aber ich finde HSV fast schlimmer als Union. Das glaubt mir jetzt vielleicht keiner, aber das ist einfach so von... Ich weiß auch nicht, wie sich das entwickelt hat, weil in meiner... Du lernst irgendwann mal Einzelpersonen kennen in deiner frühen Jugend. Und wenn du die dann richtig bescheuert findest und die sind Fan von dem Verein, dann findest du den katastrophal. Und das geht dann auch nicht mehr weg. Und dann findest du nämlich wie du alles scheiße. Dann kommt hier Tönnies, dann kommt... Ja, alles. Oh Mann, das ist alles. Das kommt alles. Aber das ist natürlich so. Bei jedem Klub gibt's irgendwie coole Fans irgendwie. Das ist immer lustig, mit denen zu reden. Ich hab... Also bei gemeinsamen Spiele-Schauen in Kneipen, das ist das Lustigste, wenn du einen Verein scheiße findest und da sitzt jemand, der aber eigentlich ganz cool ist. Ja, ja, das ist doch geil. Man sieht sich so gegenseitig zu pieken. Das sollen die Leute... Manche Leute nehmen das ja aufs Blut ernst. Die sagen dann, du bist respektlos und so weiter. Das ist doch Spaß, Alter. Mann, voll. Ich meine, ich rede ja sogar mit dir, dem König der Respektlosen, weißt du? Aber finde ich also glücklich... Der König der Respektlosen. Das ist einfach... Das kannst du ja nicht sagen. Es gibt immer gute Leute. Schalke ist aber scheiße. Also mein Platz zwei ist Schalke. Was? Du bist eins Schalke. Ich find Schalke wirklich am schlimmsten. Ich freu... Aber ganz kurz, das darf man auch nicht falsch verstehen, ich will trotzdem, auch wenn ich RB Leipzig weiter hinten gerankt hab, ich will trotzdem lieber HSV und Schalke in der Bundesliga haben, weil ich will ja gegen die gewinnen. Ja, genau. Das ist ja immer das Gute. Deswegen, ja, schade, aber bei HSV find ich's witzig einfach. Schon alleine wegen ihrer peinlichen... Aber ich will die trotzdem in der Bundesliga haben, weil das eine geile Auswärtsfahrt alleine schon ist. Ja, nö, ich nicht unbedingt. Da hätt ich lieber St. Pauli drin. Das ist für HSV noch schlimmer irgendwie. Ich hätte gerne St. Pauli und HSV drin, so wie bei Hertha und Union. Das fänd ich geil. Fänd ich auch gut. Dieses Stadtderby in der Bundesliga fänd ich schon geil. Also Platz eins bei mir ist leider Bayern München, weil Bayern München ist für mich schon immer... Echt? Absolut, ey. Ja, die sind... Ich find die nicht nur, weil die immer Erfolg haben, ich find die auch echt unsympathisch immer schon. Weißt du, was du für einer bist? Ja. Du bist so ein richtiger, typischer Deutscher, der alle, die mal ein bisschen selbstbewusst sind und so Kacke findet. Du bist so einer, der sagt so... Was ist? Äh, der sagt, wir werden sowieso wieder Meister. Der soll mal ein bisschen Understatement machen. Sei doch mal ein bisschen mehr Understatement. So einer bist du wahrscheinlich. Das ist so völlig daneben, ey. Die sind einfach scheiße, weil die immer bevorteilt werden irgendwie. Ey, 97. Minute gegen Hertha, schaffen sie dann den Ausgleich zu spielen? Das ist wirklich lächerlich. Ey, das ist immer die gleiche Scheiße. Das ist überhaupt nicht. Die Bayern haben immer einen Bonus. Ich weiß nicht, warum. Es ist wirklich immer so. Das kannst du mir auch nicht erzählen, dass das nicht so ist. Egal, es wird immer irgendwie im Zweifelsfalle für Bayern gepfiffen. Das stimmt. Das stimmt. Das muss man wirklich sagen. Wie die auch spielen so unsympathisch einfach. Klar haben die geile Spieler, aber es ist immer so drüber. Die immer diskutieren. Lewandowski lässt sich immer fallen irgendwie. Aber ganz kurz mal, Union ist gar nicht in der Top 5 bei dir oder was? Nö, ich weiß nicht. Union ist für mich immer noch ... Wir sind halt schon drei Jahre drin. Für mich ist das immer noch so ein kurzfristiges Übel irgendwie. Und ich finde Union, da gibt es halt wirklich unsympathische Clubs. Ich finde schon, dass der Club jetzt so vom Stadion und der Stimmung im Stadion, ist das schon sehr beachtlich, finde ich. Das ist schon geil, was die machen. Glattbach, ja, finde ich. Aber an sich, als wir ... An sich haben die schon immer guten Fußball gespielt. Ich finde es halt einfach, hast du ja gehört, ich finde es einfach unmöglich. Wie kann man so ehrenlos sein und so viele Jugendspieler wegkaufen? Hast du selber keine eigene Jugend, die geil ist? Was ist das für ein Zeichen an ihre eigene Jugend? Sind die zu dumm irgendwie? Geil. Kaufen sie alle von Hertha weg. Peinlich ist das so. Die steigen natürlich im Rating. Nächstes Jahr könnten die schon in die Top 5 reinrutschen, wenn die so weitermachen. Muss ich sagen. Aber andersrum, ich bin auch, ich bin auch, muss ich wirklich sagen, in der Stelle bin ich wirklich ein Wichser. Also erstmal an alle Fans von den Vereinen, die ich genannt habe. Ich mag euch als Fans trotzdem. Also ich habe nichts gegen einzelne Menschen. Ich bin immer sehr, sehr offen, seht ihr an meinen Talks. Ich mache ja sogar mit Kesti den unsympathischen YouTuber aller YouTuber-Videos. Nein, aber ... Das bin ich. Ja, dich sehe ich gar nicht als YouTuber. Du sollst immer einen richtigen Job erstmal suchen. Du hast nicht mal 2K-Zuschauer. Nein, aber ... Nein, aber wirklich jetzt. Ich bin wirklich einer, ich liebe das einfach, mich zu connecten. Aber ich liebe das dann auch, einfach gegen Leute so aus Spaß einfach zu sticheln. Und deswegen, ich mag Schalke einfach gar nicht. Ich mag eigentlich gar nichts, außer Hertha, um ehrlich zu sein. Also eigentlich mag ich wirklich gar nichts. Jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Was habe ich gesagt? Ich versuche, es wieder rauszureden. Das ist aber, du hast die Top 5 gesagt. Also ich bin gespannt, was beim nächsten Talk mit deinem Schalke-Typen, was der dazu sagt. Der findet doch Hertha auch scheiße. Da soll es dann mal nicht so tun. Alle finden Hertha scheiße. Natürlich. Alle finden Hertha scheiße, die irgendwie außerhalb von Berlin. Sehr wenige finden Hertha cool. Was auch kein Wunder ist, muss man sagen. Okay, also das war die Top 5. Die umgekehrten besten Clubs wollen wir nicht machen, weil das braucht man ja nicht. Wir brauchen Hate. Wir brauchen nur Hate. Wir wollen nur noch mehr Hate-Kommentare. Wir wollen nur mehr Hate-Kommentare, weil ich habe ja gerade gelernt, auch das bringt Fame. Richtig. Deswegen werden wir jetzt einfach nur noch Leute dissen. Genau. Und wo wir gerade dabei sind, was wären deine, sagen wir mal, Top 3 Hertha-Erlebnisse, die du in der Erinnerung hast? Wenn du dich zurückerinnerst und würdest sagen, so drei Momente, wo du sagen würdest, das sind die besten Momente bei Hertha gewesen? Also, ohne Scheiß, das Relegationsspiel gegen HSV. Das liegt bei mir fast auf Platz 1, glaube ich. Obwohl, warte mal, das muss auch, hast du recht, ich habe mich, glaube ich, noch nie in meinem Leben für Hertha, also, obwohl ich nicht mal im Stadion war, ich glaube, ich war noch nie so glücklich nach dem Hertha-Spiel, ohne Scheiß. Weil ich einfach, weil zu dem Zeitpunkt, weil das erstmal so essentiell war und ich einfach wirklich, ich hätte, ohne, das ist jetzt nicht übertrieben, ich hätte wahrscheinlich 5.000 Euro darauf gesetzt, dass Hertha absteigt. Ich hätte das auch nicht gedacht. Deswegen, das war bei mir ähnlich so. Das ist halt für mich auch so, ich habe selten so einen Glücksmoment bei Hertha erlebt und auch so völlig diese Fassungslosigkeit, dass wir das wirklich noch geschafft haben. Ja. Also, das ist bei mir Platz 1 auch, würde ich sagen. Dann fangen wir vom Platz 1 an. Okay. Platz 2 ist tatsächlich, also, wo ich wirklich noch aktiv in meiner Ostkurve war, das 2-1 gegen Bayern, wo dann Ebert auf Voronin geflankt hat und wir dann, da war ja Klinzi bei Bayern, wo wir dann vor Bayern standen mit Lucien Favre, diese Fast-Meistersaison. Ja. Das wäre bei mir auf Platz 2. Was wäre dein Platz 2? Ich glaube, Platz 2 ist wirklich so, also, ewig her, das erste Bundesligaspiel nach dem Aufstieg, 98 war das, glaube ich, gegen Gladbach, glaube ich. Und da haben wir 2-0 gewonnen, glaube ich. Und ich glaube, Ante Czovic, ich glaube, der hat das 1-0 geschossen, ich weiß nicht, oder Hartmann. Auf jeden Fall war das so eine geile Stimmung, ausverkauftes Stadion und davor war ja, ich war davor 2. Liga nicht bei den entscheidenden Aufstiegsspielen und es war halt immer halb leer das Stadion. Das war das erste Mal, dass ich so dieses absolute, diese Power und diese, es ist ja so, du spürst so eine krasse, so ein Feeling in so einem Stadion, was halt ausrastet. Das habe ich das erste Mal da richtig gespürt irgendwie und da war halt, es war halt geschehen. Das war der Moment, wo ich wusste so, ey, ab jetzt, ich bin in einen Verein eingetreten, habe mir ein Trikot gekauft, so das war, war an jedem Heimspiel da die nächsten zwei oder drei Jahre. Fand ich so krass geil, werde ich niemals vergessen, dieses erste Spiel. Das war jetzt schon fast ein bisschen schön. Platz zwei war für mich sogar, das hört sich jetzt richtig komisch an, aber eine Niederlage, einfach weil es mein erstes Spiel war im Stadion und ich da als kleiner Junge dann auch geweint habe, da haben wir eins zu zwei gegen Bremen verloren. Da war ich das erste Mal im Olympiastadion und da hat Paul Dardai, glaube ich, das 1-1 gemacht und da haben wir noch 2-1 verloren. Auch wenn wir da verloren haben, trotzdem war es eines meiner schönsten Erlebnisse, weil es halt einfach mein erstes Spiel war und ich dadurch erst so richtig, also im Stadion und dadurch erst so richtig, richtig, richtig härter Fällen geworden bin, das wäre mein Platz zwei. Ja, kann ich auch gut verstehen. Übrigens auch eine geile Geschichte. Hab ich nicht gerade Platz zwei schon Bayern gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Hab ich nicht gerade schon Bayern gesagt? Doch, du hast ja zu beiden Plätze schon durchgegangen. Dann war es Platz zwei. Das ist ja auch richtig so. Ich wollte nur sagen, bei mir dieses Jahr ganz peinlich, hier ein Nachbar und jetzt auch guter Kumpel von mir, der hat einen kleinen Sohn und ich hab ihn die ganze Zeit immer bequatscht, ey, wir müssen zu Hertha gehen, Hertha gehen, Hertha gehen und diese Saison war das dann endlich soweit natürlich im Heimspiel Derby gegen Union und ich hab ihm gesagt so, Alter, du wirst dieses Feeling in diesem Stadion, ey, unsere Hertha, bam, ich kauf dir ein Trikot davon und er meinte, nee, ich will noch kein Trikot. Er ist voll in die Hose gegangen. Da ist ja klar, wessen Fan er jetzt ist. Das ist so, Das ist ja auch Union-Fan. Ja, natürlich, hat sich so einen Union-Schal gekauft, das ist wirklich furchtbar, wie sowas schief gehen kann. Das ist halt echt, was du sagst, erste Erlebnis im Stadion und dann, der hat halt auch gesagt so, naja, aber ganz im Ernst, Hertha, das war nicht so gut. Was sagst du da? Da konntest du halt nichts dagegen sagen. stimmt. Ja, ich will das hoffentlich irgendwann herbringen. Also Platz 3 für mich ist auch ein Spiel gegen Bayern. Ich glaube, Michi Preetz hat da in der 89. wieder irgendwie den Ball ins Gesicht geschossen bekommen und der ist dann in Winkel und wir haben 2-1 gewonnen. War für mich, gegen Bayern München zu gewinnen, also auch krasses Erlebnis. Auch so, letzte Minute ist halt immer so, finde ich, dass es dann das Stadion wackelt. Das fand ich immer schon richtig geil. Immer besser als ein 4-0, eigentlich 2-1 in der letzten Minute. Safe. Das ist wirklich so. Ja, Mensch. Das waren sie wieder, die großen 5 und 3. Die großen 5 und 3. Besprochen von Flo und Tom. Flo und Tom, hört sich an wie so eine Boyband. Tokio Hotel. Flo und Tom. Ja, Tom, wie sieht es aus? Ich höre gerade draußen, wir haben es 21.43 Uhr. Ich muss eigentlich nach unten. Ich höre Motorengeräusche in meinem Garten. Die machen sich auch lieb. Die machen den Zaun wieder kaputt. Hörst du das? Nee, aber die machen den Zaun wieder kaputt, weil du nicht da bist wahrscheinlich. Alter, die um 3,25, 10 machen die jetzt hier mit so einer Motorsensor. Ach du Scheiße, ey. Es ist voll, ey. Ich glaube, ich muss Schluss machen, weil es einfach, das kann ich mit meiner, mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Du hast doch gar kein Gewissen. Aber manchmal schon, bei Freunden schon. Merkst du selber, ne? Ich wollte gerade sagen, du hast doch gar keine Freunde. Boah, bist du all, ey. Das ist wirklich, ey. Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe. Ey, die Leute schreiben rein, so früh, es sind noch tausend Fragen, du kannst doch nicht gehen. Ja, komm, dann lass uns doch tausend Fragen beantworten. Okay, also tausend Fragen an Flo. Hast du noch was auf dem Herzen, Tom? Ich habe sehr viel noch auf dem Herzen, aber ich finde es natürlich auch okay, wenn du jetzt zu deinen nicht bezahlten oder schwarz bezahlten, ich will hier, weiß ich nicht, Arbeitern gehst. Aber wir sehen uns doch schon, und wieder, wann machen wir denn überhaupt unsere Strickloge jetzt? Ja, ich hätte ja jetzt schon die Strickloge mit dir gemacht, aber du hast ja wieder gesagt, Sarah kann nicht, Joel kann nicht. Mann, ich bin so ein Honk, Alter. Das ist mir danach auch aufgefallen, als ich gestern dich angepübelt habe, warum denn noch nicht dein Diagonalball mit Nico und dem Dortmunder, glaube ich, bei deinem Kanal. Wir machen immer Abwechseln, dachte ich auch so, ja, eigentlich. Ich habe dir doch gesagt, wir machen nächstes Mal bei dir, und dann meintest du, ja, Diagonalball. Ja, können wir dann vor dem Spiel gegen Braunschweig machen, Sarah und so sind nicht da, ja, muss ich sagen. Ist ja auch geiler, eigentlich ist es ja auch geiler, nach dem Spiel irgendwie zu sagen, ey, Alter, war richtig scheiße wieder, was soll das, es wird alles in die Hose gehen, irgendwie, macht ja auch mehr Spaß. Aber wir können uns ja verabreden, wann ist denn das Spiel gegen Braunschweig? Samstag, 15.30 Uhr? Sonntag. Das ist Sonntag natürlich wieder. Ja, dann, ähm, Dienstag. Dann schauen wir mal. Dienstag, ja, Dienstag. Aber ich meine, Dienstag ist ja kacke, obwohl bei dir, schauen ja auch Dienstagabends die Leute, was ist da los irgendwie? Dienstag um 21 Uhr. 21.30 Uhr, Leute, wir sind auf Twitch, kommt alle rein. Ey, 21.30 Uhr, da fangen hier schon die Augen an zu brennen irgendwie und ich denke so, Alter, ab ins Bett. Was hast du für ein Leben, Alter? Naja, so ist es halt, wenn du reich bist. Okay. Ach, jetzt bin ich vom Thema überhaupt abgekommen, deine Freundin, Mos, Mos Lima. Ist jetzt vielleicht privat, vielleicht sollten wir es ja gar nicht machen. Raus mit den Viecher. Raus. Äh, ich habe nämlich einen Kumpel, der hat auch, okay, ich muss jetzt vorsichtig sein, darf keinen Namen nennen, auch ein Kumpel, der hat eine türkische Freundin, auch Muslima und die Eltern. Nein, jemand anders. Aber er ist voll unglücklich, weil die Eltern sagen, ey, auf keinen Fall mit dem Deutschen, geht nicht. Und die müssen jetzt die ganze Zeit irgendwie heimlich undercover irgendwie mit 31, also er ist 31, sie ist glaube ich 25, sich verabreden. Und ich habe jetzt neulich mit ihm geredet und meinte so, ey, das kann doch nicht sein. Das muss doch eine Regelung geben. Wie macht man das? Was macht man, wenn die Eltern sagen, nein irgendwie? Und jetzt habe ich nämlich gehört, es gibt so eine geile Regel, mach dreimal beim Vater einen Antrag, wenn er dreimal nein sagt, dann ist es wie ein Ja. Das ist ja. Dann kannst du es trotzdem machen. Stimmt das? Ey, das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Das hat mir auch eine Muslima gesagt, die ich darauf angesprochen habe. Die meinte, ja, das gibt es und nach dreimal nein könntest du die Braut entführen und dann ist das PC für die Eltern. Das kann ein Kulturding sein, aber das hat sicherlich nichts mit der Religion zu tun. Das kann ich dir aber mal sagen. Vielleicht ist es kulturell bei denen so, keine Ahnung. Aber scheiße, ich habe es ihm jetzt weiter gesagt, alles so machen. Wenn es jetzt nicht stimmt, dann könnte es auch zu übelsten Komplikationen führen. Es geht rein, bei dreimal nein heißt es, er darf ihn abstechen. Der Vater ihn. Der Bruder. Wer weiß, aber du hast ja auch keinen Tipp. Habe ich noch nie gehört, keine Ahnung. Mein Tipp ist, du hast ja auch keinen Tipp. Mein Tipp ist, renn weg. Ja, aber das ist die größte Gefahr. Ja, aber dann, ja, nee, oder? Ich meine, das war doch nur Spaß. Du musst doch mal ein bisschen Sarkasmus vergehen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich war schockiert. Ja, also bei dir ist alles cool irgendwie. Die Eltern kennen dich und alles gut. Ja, ich bin ja halb Albaner, halb Isländer und dadurch geht es eigentlich. Ah, okay. Hä, Isländer? Du bist Isländer? Halb Isländer, halb Albaner. Ist ja geil. Das war echt eine richtig geile Mischung. Island, ein mega geiles Land. Albanien auch sicher. ist auch, ja, Deutsche und Albaner. Ja, meine Parfummarke. Richtig. Deswegen habe ich vorhin auch so gelacht. Ja, wusste, dass der dir gefällt. So, bevor wir jetzt, ich weiß schon, dass Leute schreiben, ey Mann, Alter, halt mal auf, ey Content. ist mega langweilig. Deswegen würde ich sagen, Kuss auf die Eichel und wir sehen uns dann nächste Woche oder übernächste Woche. Nächste Woche bin ich im Urlaub. Okay, na, du machst ja sicher aus dem Urlaub auch wieder Streams. Nee, 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 wo deine Freundin sagt, er ist nicht dein Ernst. Nee, 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 was sag ich denn jetzt, Schimanski, toller Deal. Und dann hört man so, Tom, ich bin gleich fertig. Ja, ja, ich bin gleich fertig. Nee, nee, ich mache, also Videos werde ich machen, ganz dekadent aus dem Pool, während mir, junge Damen mit Palmblättern zuwedeln und mir Weintrauben in den Mund schmeißen, das werde ich schon machen. Was will man auch irgendwie von jemandem erwarten, der irgendwie die Boss, was wäre das, Boss-Metamorphose durchgemacht hat, oder was, wie heißt das? Boss-Transformation. Ja, genau, Alter. Boss-Metamorphose. So eine Hohlbratze, der Typ, ich habe die mir extra letzte Woche nochmal angehört, irgendwie, ey, das ist wirklich, oh man, Kollege. Also ich glaube, der hat einen höheren IQ als du. Das wage ich zu bezweifeln. Ich würde sagen, nee, auf geht, ich sage lieber nichts. Bevor ich mir hier Feinde mache, was ich ja sehr selten mache, würde ich sagen, lasst uns über dieses Thema Hip-Hop das nächste Mal reden. Ich wollte nämlich das nächste Mal, lustigerweise, bei uns auf der Spritloge, kommt ein ganz alter Hip-Hop-Homie, von der Sekte, ehemalig, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, ganz alte Berliner Hip-Hop-Crew. Alles ist die Sekte. Alles ist die Säcke, heißen die jetzt. Und, ähm, mit dem werde ich mal überhören. Alpagan? Was? Wer? Alpaka. Ein Alpaka? Alpagan? Alpagan. Nee, Vokal-Matter-Dor. Vokal-Matter-Dor. Und was macht der? Der tritt da in den Zaun ein, oder was? Nee, der kommt, der ist auch ein ganz alter Hertha-Pimp, Ryman Simon ja auch, und Platter Pee, die sind alle so ein ewig Hertha, die hängen da immer jedes Mal zusammen ab. Und Harris und so eine Leute, und mit denen mache ich jetzt das nächste Mal, äh, eine Strickloge, die wird legendär, weil die sind wirklich auch so dieses Niveau. Und es wird, äh, legendär. Vielleicht willst du dich ja dazu wählen, ähm, wird sich ja lustig. Ja, ich wähle mich jederzeit dazu. Du musst mich bloß mal die, du musst mich bloß auch mal dann einladen. Und nicht hier wieder 20 Minuten streamen, irgendwelche Tracksuits kaufen und sagen, ja, das war's jetzt, Leute, Sarah kommt nicht. Äh, also, dann auch mal hier, wie wir hier, zwei Stunden. Ich hab, im letzten Stream hab ich dich schon ganz übel weggedüsst, weil einer meinte, guck dir mal hier, Felicia, dann hab ich hier fünf Sekunden angemacht, Gute Nacht, Leute. Eine Sache, eine Sache noch, äh, dass du das dann auch mal weißt, wie du mich ankündigen kannst. Man nennt mich den, äh, Fake News verbreitenden, Shisha rauchenden, gewissen YouTuber. Ja, also so kannst du mich gerne auch ankündigen. Mach ich, mach ich, mach ich, mach ich. Na denn, mach jetzt noch weiter ein bisschen Werbekontent irgendwie, Subbits verteilen, irgendwie auch von mir. Äh, haut mal ein paar Stufe 8 Abos raus für den Mann. Genau. Und, ähm, dann kriegt er einen Sandwich Maker und wir sehen uns das nächste Mal bei YouTube und ich muss jetzt runter ein bisschen arbeiten, leider. Die Sonne geht unter, ich hab's genau richtig durchgezogen. Ich kann jetzt noch fünf Minuten arbeiten. Ach, jetzt sind sie fertig. Oh, schade. Wir dürfen jetzt leider nicht mehr, Abendruhe. Und dann, alles gut. Dann mach ich mir Twitch an und hör an, wie du jetzt abhätest mit den Leuten. was für ein Idiot, Alter. Idiot, Idiot, Was für ein Spaß. Was für ein Spaß. Ich hab mich überhaupt auf meine Michael-Pretz-Brille raufgesetzt, vorgestern aus Versehen. Richtig kacke. Ei, 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 ei. Jetzt hol ich mir, ich hol mir jetzt als nächstes so ein großes Elton-John-Modell, damit ich diesen ganzen Hate nicht mehr abkriege. Dann siehst du aus, wie Michael-Pretz mit einer Elton-John-Brille. Aber okay. Ei, 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 ei. Lustig, lustig. Also Leute, danke für dein, für dein Beiwohnen des Streams und ich freu mich, wenn du mich, wenn du mich wirklich mal einlädst bei dir. Ja, also versprochen. Hiermit offizielle Einladung für den alten Edelmann, Tom. Perfekt. Bis dann. Und ich bin in einem ganz tollen Urlaub. Danke. Ich balle dich voll auf WhatsApp mit neuen Informationen, weil du willst ja auch mal Real News kriegen. Bis dann. Ja, endlich. Endlich. Danke. Tschüss. Tschau. 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 So. Was für ein Idiot. Spaß. Nein, bester Mann. Ich mag den wirklich. Also für alle, die sich dadurch immer angegriffen fühlen, ganz entspannt. Man muss auch mal alles ein bisschen lockerer sehen können. Man muss nicht immer alles für bare Münze nehmen und auf die Goldwaage legen. Entspannt euch mal ein bisschen. Das ist ein bisschen lockerer. 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 Vielen Dank.